Allesamt, die jetzt mal sich gerade den Fall Bushido angeguckt haben, haben eigentlich nur die Augen gerollt. Kennst du Arafat, bevor er diesen Hip-Hop-Touch hatte mit Bushido und dann, sagen wir mal, in diese Sphäre gegangen ist? Jeder Kriminelle kennt dich. Jeder, der, sagen wir mal, größere Kriminelle von sich hält, kennt dich. Also, wenn ich schon höre, dieses Wort Racial Profiling, ach, das wirklich, es nervt mich einfach. Ich werd schon am Flughafen verdächtig oft rausgezogen. Was geht ab, Freunde? Mein Name ist Russe, eine neue Folge von Was los? Freunde, yes, yo, ich hab mich in Berlin getroffen mit Ex-LKA-Mann Klaus Nachtigall. Freunde, wenn sich jemand auf den Berliner Straßen auskennt, dann jawohl, er. Ganz lange Rocke, Dezernat, OK, also organisierte Kriminalität und so weiter. Er kennt alle Namen, alle Pappenheimer, alle Geschichten. Und die haben wir uns angehört, Freunde. Ich würde sagen, ich spoiler nicht zu viel. Wir halten das Intro kurz und sehen uns am Ende der Sendung noch einmal wieder. Let's go. Klaus in der Haus. Wie geht's dir? Alles gut? Ja, danke, gut. Schöne Location gewählt. Ja. Ja, sehr schön. Du hast schon vorhin direkt gesagt, du warst hier schon mal. Und darfst du erzählen, was du hier gemacht hast? Ja, viele Jahre her. Der eine oder andere wird vielleicht wissen, wo ich herkomme vom LKA Berlin. Ja, klar. Ich habe im Bereich Rocker- und Türsteher-Szene gearbeitet. Und ja, die letzte Besprechung, die ich hier im China Club hatte, war anlässlich Eröffnung des Felix und die ganzen Sicherheitsmaßnahmen Felix verbunden mit Adlon und so weiter. Ja, schon einige Jahre zurück. Eröffnung ist ja, ich meine, es ist ja einige Jahre her, dass der Felix zugemacht hat. Ja, ja. Und jetzt, ja, krass. Und dann holen die dich sozusagen, da warst du aber noch im Dienst. Da war ich im Dienst, ja, ja. Vielleicht müssen wir einmal ganz kurz erzählen, du bist nicht mehr im Dienst, ne? Ich bin seit Dezember 2019 pensioniert. Ja. Aber freiwillig pensioniert, ne? Du bist auch noch nicht so alt. Früh pensioniert aufgrund von Dienstunfällen. Ah. Und ja, das war der Grund des Ausscheidens. Und ja, seitdem helfe ich in der Firma meiner Frau mit und ja. Was für eine Firma? Bäckerei? Wahrscheinlich. Wir haben Sicherheitsberatungsunternehmen, haben uns spezialisiert auf die Rückführung entführter Kinder aus dem Ausland nach Deutschland zurück. Ja. Was für eine Story. Ja, aber das ist krass. Rückführung von Kindern, das hört sich jetzt, da stelle ich mir zwei Sachen vor. So einmal wirklich eine ernste Entführung, wo jemand zum Beispiel Schutzgeld erpressen will oder so eine familiäre Geschichte. Nein, die familiären Geschichten. Für die ganzen ernsthaften Entführungen mit Schutzgeld und so weiter, wo Lösegeld verlangt wird, das ist dann doch Sache der Polizei. Wir sind auf die zivilrechtlichen Sachen, familienrechtlichen Sachen spezialisiert. Da gibt es internationale Abkommen und wir unterstützen halt unsere Mandanten, alles vorzubereiten, die Kinder dann zurückzuholen, aber ganz auf dem legalen Wege. Das bedeutet observieren, gucken. Richtig, genau. Selber Hand anlegen, auch holen. Achso, nein, nein, nein. Also selber das Kind sozusagen. Nein, das machen wir nicht. Also gerade was jetzt mit der Frau Block da zum Beispiel in Dänemark gelaufen ist oder der Familie, Rückentführung von Kindern, sowas habe ich auch schon gerade letztens im TV-Interview gesagt, sowas würde für uns nicht in Frage kommen. Wir unterstützen die Mandanten, es gibt ja da bestimmte internationale Abkommen. Was man darf und was nicht. Genau. Und letztendlich die Kinder holt dann in der Regel die Polizei in dem Land, wo die Kinder sich aufhalten. Wir übernehmen die dann und unterstützen das alles. Ah genau, also im Prinzip so ein bisschen wie ein Detektiv? Ja, kann man so sagen. Wir leisten vorher, genau wie du schon gesagt hast, Observationsarbeit, wo sind die Kinder. Das will die Polizei in der Regel schon alles aufgeliefert haben, um dann wirklich mit den Gerichtsbeschlüssen dorthin zu gehen und dann die Kinder zu halten. Interessant. Also so typische, kann man sich das so vorstellen wie im Film, so Zugriff, Zugriff. Ganz genau so. Wir haben mit Adlers gelandet. Genau, Mikro, ja, ja, Adlers im Nest, Adlers gelandet. Ja, genau, ja, 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 so kann man sich das so vorstellen. Ich denke natürlich, also selbstverständlich wahrscheinlich, dass aus deinem Job heraus wirst du natürlich sehr viel Erfahrung haben, aber gibt es jetzt noch Sachen, wo du sagst, boah, das habe ich jetzt erst gelernt? Gibt es da noch was? Also, natürlich, dieses Familienrechtliche, das war ja vorher überhaupt nie Bestandteil meiner Arbeit, dieses Zivilrechtliche. Andere Familien waren deine Arbeit. Andere Familien waren meine Arbeit. Die haben aber selten Kinder entführt und nein, auch ihre Kinder wurden nicht entführt, so von daher, genau, nee, andere Familien waren die Arbeit. Das habe ich noch dazugelernt und ja, macht Spaß, ist eine schöne, obwohl emotional. Das kann ich gerade sagen, macht das Spaß? Also, ich kann mir vorstellen, jedes Mal, wenn ich so eine Geschichte im Fernsehen sehe, es gibt ja immer mal wieder, gab es vor kurzem wieder, hat jedermann, ein Mann hat sein Kind sozusagen aus Deutschland zurückgeholt, wolltest du in die Türkei mitnehmen und am Flughafen gab es dann ein Desaster, ein Drama. Und das ist ja immer so, es ist ja irgendwie so, ist das kriminell? Das ist ja auch sein Sohn irgendwie. Weißt du, es ist ja dann auch wieder so emotional alles und es ist nicht so ganz klar, schwarz und weiß. Kann ich mir vorstellen, dass es auch Fälle gibt, die so ganz hart mit dir... Das ist für alle Seiten, egal ob jetzt derjenige kommt, das Kind holt oder der, der das Kind jetzt wieder weggenommen bekommt, das ist für alle, auch für uns als Ermittler ist das hart. Wenn Kinder da anfangen zu schreien oder es emotionale Sachen gibt, das ist wirklich belastend. Muss ich ganz ehrlich sagen, für alle Seiten. Und man muss nicht immer denken, dass Väter jetzt diejenigen sind, die Kinder wegnehmen, sondern wir haben, also das ist wirklich 50-50, es sind auch oft Frauen, die die Kinder dann den Männern wegnehmen. Also das ist komplett unterschiedlich und ja. Das ist crazy. Ja, und für das Kind ist das wahrscheinlich total das Trauma. Ja, und das ist nämlich genau das Bemühen, dass man sagt, die Situation, wo man an das Kind herantritt, um dann eben zu eröffnen, so du kommst ja zum Vater oder zur Mutter zurück, weil die Gerichte das so verfügt haben. Da muss man eben sehen, dass man die beste Umgebung hat, die beste Gelegenheit hat, um das Kind so sanft wie möglich zu begleiten und heranzugehen. Kommt immer auf das Alter des Kindes drauf an und so weiter. Wo sind die Kinder, wo leben die, wo muss man die dann ansprechen und wegholen. Also das ist schon sehr, man muss viele Sachen beachten. Ja, verrückt. Im Vordergrund steht immer das Kindes wohl, ohne Frage. Ja, klar, das sagst du, aber die Eltern, glaube ich, in dem Moment sehen das nicht so. Da ist, glaube ich, meistens Ego dabei, oder? Meistens ist es ja auch dieses, den anderen verletzen, nicht das Kind wollen in erster Linie. Es gibt Situationen, wo man schon sieht, das geht jetzt hier weniger um das Kindeswohl. Es geht einfach nur um die Macht. Ich habe die Macht, dir das Kind wegzunehmen und dann wird es wirklich schlimm und dann wird es auch hässlich. Es gibt auch Sachen, die ich schon abgelehnt habe, zu machen. Ach so, wo du gesagt hast, das ist schon... Geld hin, Geld her spielt dabei keine Rolle, aber letztendlich für uns zählt das Kindeswohl. Wie ist dieser Job, den du machst? Das ist ja dann Mundpropaganda, oder? Kann man dann googeln, mein Kind ist entführt worden, was mache ich? Und dann findet man eine Seite? Oder wie kommt man auf so einen Job, weißt du? In der Regel durch die Rechtsanwälte. Also es gibt wenige spezialisierte Rechtsanwälte in Deutschland, die sich um internationales Entführungsrecht kümmern. Das ist wirklich eine eigene Sparte. Und die kennen mich auch in der Regel und haben meine Kontaktdaten. Und ich werde auch kontaktiert über Twitter, weil ich da eben als Klaus Nachtigall auch zu finden bin oder auch bei Instagram. Und so treten auch Leute an mich dran. Verrückt ist es. Ja, unsere Homepage, wir haben ja gesagt, wir brauchen keine Homepage, weil wir kennen die ganzen Fachanwälte, wenn die was haben, kontaktieren die uns. Aber auch viel durch Presseanfragen haben wir gesagt, okay, wir werden jetzt auch mal eine vernünftige Homepage machen. Ist gerade am Ende. Was war der weiteste Fall sozusagen? Wo hast du jemanden sozusagen zurückgeholt? Kanada. Kanada, also wirklich international. Ja, ja. Also das ist ja kein Spaß. Ja. Okay, wow. Dann fliegst du dahin, observierst zwischen so einem Elch und so einem Drake ist ja am rumlaufen. Ne, aber das ist ja krass. Du kennst ja gar nicht. Also kontaktierst du vielleicht vor Ort Leute? Ja, vor Ort muss man Leute kontaktieren. Man muss sehen, ich sag mal in demokratischen, rechtsstaatlichen Ländern wie Kanada ist das eher unproblematisch. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, nach Moldawien, viele afrikanische Länder... Dann ist natürlich alles so ein bisschen chaotischer, ne? Da kannst du eben nicht sagen, ja, ich hab hier eine Gerichtsverfügung, das interessiert da oftmals gar nicht. Aber das Gute ist, durch meinen alten Job bei der Polizei kriegt man zur örtlichen Polizei, egal in welchem Land, wesentlich leichter einen Zugang. Man wird immer noch als Kollege betrachtet und man kriegt eben auch in diesen Ländern oft Informationen, die eine andere Detektei eben nicht bekommt, ne? Ja, ich hab tatsächlich vor kurzem, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber, man schade, das hätte ich eigentlich mitbringen müssen. Es gab einen Fall, ein Mann hat nach zwei Jahren seine Tochter aus Mexiko zurückgeholt und die wurde jetzt nicht von Elternteil, sondern wirklich entführt. Und da haben die Behörden in Amerika, bis hin die hohen Behörden, auch bis hin zu FBI, haben gesagt, da hat er keine Chance finden, nicht. Und er hat sich dann alleine auf den Weg gemacht, nach Mexiko hat zwei Jahre lang gesucht und dann hat er die zurückgeholt. Das ist eine Viralgang-Geschichte, crazy. Wenn die finanziellen Mittel da sind, das ist eben das Problem, ich sag mal, der Otto-Normalverdiener wird es sich kaum leisten können, zwei Jahre nach einem Kind in Mexiko zu suchen. Du musst Geld haben, du musst den Unterhalt haben, du musst in der Regel Leute bestechen. Da ist das volle Programm angesagt, ne? Und das ist schon, ja. Es ist auch schwer für die Leute, ich meine, wo haben die Leute das Geld her? Also wenn ich zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, ich bin betroffen und habe kaum Geld, ich kann mir ja gar nicht leisten, deine, oder machst du auch mal was pro Bono? Nein, nein, ehrlich gesagt, nein. Ja, ist schön. Es muss schon, natürlich ist es mit den Gebühren für uns, ist es natürlich auch ein bisschen unterschiedlich. Man guckt natürlich, aber man wird es kaum glauben. Diese Fälle betreffen oft Menschen, die wirklich aus der Hochfinanz kommen, wo die Kinder dann, wo es zu Trennungssituationen kommt, wo der eine dem anderen die Kinder wegnimmt. Das ist schon crazy. Ja, ist nicht ohne. Wie gesagt, ist wirklich emotional bewegend. Sag mal, lass uns doch mal nochmal einen Schritt ganz zurück machen. Wie bist du zum LKA gekommen? Sag mal ein, zwei Sätze zu deinem Werdegang. Ich habe angefangen bei der Schutzpolizei 1982 hier in Berlin in Hohleben, alte West-Berlin. Da waren wir kersaniert für ein Jahr, haben dann die Ausbildung gemacht, zweieinhalb Jahre, war im mittleren Dienst, habe dann auf verschiedenen Dienststellen gearbeitet, so wie es eigentlich früher üblich war, erst mal zu einer Hundertschaft. Da hat es mir aber überhaupt keinen Spaß gemacht, da wollte ich so schnell wie möglich weg. Ich wollte Funkwagen fahren, habe einige Jahre bei der Bahnhofswache Zoo in Berlin zugebracht und... Oh Mann, du hast was durchgemacht, oder? Ja. Ich kenne das nur aus dem Film und so. Und das alte West-Berlin, wer es kennt, das hat sich ja alles rund um den Kudamm abgespielt. Da waren sämtliche Diskotheken, das gesamte Nachtleben hat sich rund um den Kudamm abgespielt. Und da war ich dann halt dienstlich auch tätig, hat mir großen Spaß gemacht, war mit meiner LKA-Zeit, war das wirklich die schönste Zeit, die ich jemals bei der Polizei hatte. Das war irre, das war hochinteressant. Du lernst da alles. Du hast da von irgendwie, von einer kleinen Ordnungswidrigkeiten, von einer Lärmanzeige bis zum Tötungsdelikt, hast du alles gemacht. Krass. Aber so, einfach so in diesem Nacht- und Club oder auch alles, was tagsüber läuft? Alles, was tagsüber läuft. Also alles? Wir haben zwölf Stunden Schichtdienst gehabt, immer im Wechselschichtdienst, Funkwagen gefahren, zivil gefahren. Ja, und dann irgendwann bin ich bei einer Spezialdienststelle gewesen, die sich um illegale Einreise und illegalen Aufenthalt in Deutschland gekümmert hat. Sie nannte sich damals die AGA, Arbeitsgebiet Ausländer, wurde auch in Migrantenkreisen immer Ausländerpolizei genannt, kurz. Und ja, da haben wir auch vieles gemacht, ja, auf Ermittlungen für die Ausländerbehörde, Leute gesucht, die hier lange illegal sind, waren, sich hier aufgehalten haben. Da natürlich die ersten Berührungen mit dem Rotlichtmilieu, das war dann auch in den 90er Jahren, wo dann plötzlich Osteuropa geöffnet wurde und viele Frauen aus Osteuropa herkamen. Ja, so Zwangskonstitutionen und so weiter. Richtig, richtig. Ey, du hast ja nur mit Elend zu tun, also das sind ja alles Geschichten, die einen ja auch mitnehmen können. Ja, das ist, da wühlst du wirklich rum in Sachen, die andere aus dem Fernsehen kennen, das hast du dann alles live. Das stecken überall menschliche Schicksale dahinter. Ich würde gerade sagen, es ist ja, genau, es ist ja irgendwann, ich will dich nicht unterbrechen, erzähl gleich weiter, aber ich wollte nur sagen, zwischendurch auch mal eine Therapie gemacht oder so? Wird das von den Behörden angeboten? Ja, wenn man Probleme hat, ich muss sagen, gerade das Thema psychische Erkrankungen und psychische Belastungen, das wird wirklich gut mittlerweile, sowohl von der Polizeibehörde als auch von der Bundeswehr, da kümmert man sich heute wirklich angemessen eigentlich um die Mitarbeiter, es gibt genug Hilfsangebote, ja. Ja, aber ich kann mir vorstellen, man kriegt ja einen Schaden irgendwann. Man härtet auch so ab, oder? Man härtet ab, aber bei mir war es zum Beispiel so, ich stumpfe nicht ab, ich bin nicht abgestumpft. Wenn ich zum Beispiel jetzt so von den 80er Jahren her sehe, die Entwicklung bis heute, wie die Gewalt zugenommen hat, das ist eigentlich für mich immer erschreckend und das werde ich nie begreifen, dass Extrem die Gewalt zugenommen hat. Und das hat mich aber nie abgestumpft. Ich konnte sonst, ich konnte tote Leute, die abgestochen wurden, die ermordet wurden, ich habe eigentlich alles gesehen. Ich habe ja mittlerweile auch noch zwei Auslandseinsätze gemacht. Ich war ein Jahr im Kosovo und ein Jahr im Sudan für die UN von der Polizei aus. Im Kosovo war ich Leiter einer Mordkommission und man sieht Sachen, die vergisst man nicht. Die vergisst man sein Leben lang nicht. Aber den einen belastet es halt und den anderen halt nicht. Ich konnte alles das, was ich im Ausland gesehen habe, relativ gut wegstecken, obwohl, sag mal so, die krasseste Situation, wo mir eine Mutter ihr erschossenes Kind in die Hand gedrückt hat, Kind mit dem Kopfschuss, kleines, kleinen Jungen. Ich sehe das Gesicht von diesem Jungen heute noch vor mir, könnte ich sofort malen. Es ist wie ein Foto vor Augen, aber vergisst man nicht. Aber mich hat es halt nie belastet. Das war... Wie steckst du das weg? Was ist die Technik? Also du hast irgendwas mit dir ausgemacht? Ich denke, ich weiß nicht, ob es dafür eine Technik gibt. Nein, ich rede mir jetzt nicht ein. Es macht mir nichts aus. Sicherlich, man ist ja mitfühlend. Klar, aber das sind Sachen, die passieren im Leben. Und die passieren nicht nur da in der Situation, wo ich jetzt war, die passieren weltweit tausendmal am Tag, wenn ich nur sehe, wo überall Kriege sind, wo Elend ist, wo Armut herrscht, wo Kinder sterben. Das ist halt so und damit muss man sich abfinden, leider. Crazy. Du hast die Auslandseinsätze gemacht, dann bist du zurück nach Deutschland. Genau. Und nach meinem Kosovo-Einsatz bin ich dann auch direkt zum LKA gegangen. Das war 2005. Achso, okay. Und wie ist das? Wird man dafür angefragt? Hast du gefragt? Ist das eine innere Ausschreibung sozusagen? Ja, es gab, naja, ich hatte schon viel mit Kollegen vom LKA Verbindung und ja, die kannten meine Arbeit und haben mir gesagt, ja, du wärst genau für uns richtig und so bin ich dann zum LKA gekommen. Und außer, dass man mehr Geld verdient, was ändert sich dann, wenn man vom LKA ist? Da verdient man gar nicht mehr Geld. Im Gegenteil. Tatsächlich? Bei der Schutzpolizei, die Schutzpolizei hat einen besseren Stellenkegel als die Kriminalpolizei. Weil, das heißt, wäre ich bei der Schutzpolizei geblieben, wäre ich vom Dienstgrad her wirklich weiter dann gewesen und schneller. Ja, ja, das ist so. Ich habe immer das Gefühl, so von außen, LKA, so, das sind die Leute, die dürfen mit normalen Zivilkleidungen rumlaufen, auch coole Jacken tragen, machen immer Eingriff, einen Zugriff. Genau, genau. Und kriegen halt vor allem ein gutes Gehalt. Ich meine, da gibt es ja auch verschiedene Stufen wahrscheinlich noch. Ich habe immer gedacht, wirklich, das sind die, die du machst. Also, ein Hauptkommissar bei der Schutzpolizei verdient genau das gleiche Geld wie ein Hauptkommissar bei der... Also, bist du dann ein bisschen von deinem Lohn runter auch so? Also, da hast du Platz... Nein, nein, nein. Das ist schon gleich geblieben. Ich bin weitergekommen. Aber, wie gesagt, von den Stellen her, also bei der Schutzpolizei wird man in der Regel schneller befördert als bei der Kripo. Ja. Und jetzt bist du da. Was ändert sich? Was sind die Aufgaben? Was hat sich grundlegend geändert? Ja, mein Arbeitsgebiet war natürlich ein ganz anderes. Das ist in dem Moment, ich bin auch sofort zur OK-Abteilung gekommen. Direkt. Direkt mitten rein. Aber das war schon immer, es zieht sich wie ein roter Faden. Ich habe egal, welche Dienststellen... Du bist immer zum Schlimmsten gegangen. Ja. Ja, es hat mir auch Spaß gemacht. Ich wollte... Na ja, klar. Wahrscheinlich schon. Besser als irgendwie, keine Ahnung, Führerschein zeigen einmal hier, ja, sind über Rot gefahren. Ja. Genau. Das war eigentlich immer mein Ding. Ich wollte immer dahin, wo das Leben trug. Und die Zeit vergeht auch wahnsinnig schnell. Dann... Klar, du hast Fälle, du hast... Ja. Erzähl mal ein bisschen aus der LKA-Zeit. Jetzt warst du 2005 bist du dahin, hast du gesagt? Genau, 2005. Bis zum... Bis zwei... Wann hast du dich persönlich gesagt? Bis 2019. 19. Genau. Bis dahin warst du da? Ja, ja. Durchgehend. Mann. Und, ja, habe angefangen bei der VP-Führung. Also, das war eine sehr spannende Zeit und dann bin ich aber direkt zum... Sag mal, was VP-Führung bedeutet? Vertrauenspersonen. Also, das bedeutet Leute, die man... Genau. Die aus dem Milieu oder so dir Infos stecken. Genau. Die, die wir zu den Familien hinschicken, horcht mal, was die alles machen und ruft uns an und... Ja. Ich meine, ja, ich meine, klar, allgemein wird das Ratten genannt. Und... Ich hörte davon. Oder, weiß ich nicht, oder Snitch oder was weiß ich. 31er sagt man so, was ja auch nicht ganz akkurat ist. Aber, was mich interessiert hat, wie... Was die Motivation und wie lernt man jemanden kennen, der sagt, ja, ich... In Filmen ist das ja oft so. In amerikanischen Filmen. Bullen gehen irgendwo rein, packen den. Hör mal zu, Johnny. Siehst du diese Knarre hier? Da sind vier Kugeln drin. Dafür kriege ich dich 20 Jahre in den Knast. Oder du packst aus. Also, man hat so einen Hebel. Man hat eine Drucksituation. Aber ich denke, meine Realität ist das was anderes. Wie kommst du zu jemandem, der dir Infos gibt? Das ist... Also, wie bietet das... Oft kommen Leute zu uns. Gut, bei uns... Bei mir war es jetzt nochmal die besondere Situation. Das war auch... Das war auch innerhalb des LKA's gab es diese sogenannte... Viele Leute werden es kennen, diese sogenannte B.A.O. Rocker und Türsteher-Szene. Im LKA Berlin hat man schnell erkannt, dass wir ein Problem mit Rockern haben. Also, mit Outlaw, Motorcycle-Gangs. Ich sage immer dazu, es gibt viele kuttentragende Motorradfahrer, die aber nicht alle gleichzeitig kriminell sind. Sondern das sind ja die wenigen. Und dann hat sich ja eine kriminelle Türsteher-Szene etabliert, was sich heute auch sehr gewandelt hat. Wir haben heute wirklich an den Clubs viele seriöse Security-Firmen zu stehen, ganz seriöse Türsteher. Der Gesetzgeber hat nachgeschärft. Es gab dann irgendwann die Bewacherverordnung, die eingeführt wurde. Also, da hat sich viel getan in diesem... Und dadurch, dass ich nun immer operativ unterwegs war in den Nächten... Das war ja mein Job. Bin ja von einem Club zum anderen. Kannte jeden Türsteher, die Club-Inhaber. Und so, dadurch, dass wir immer präsent waren, kam es auch immer wieder vor, dass Leute angekommen sind, können wir uns mal unterhalten. Und so ist es dann auch wirklich entstanden. Man muss einfach mal sehen, so Informanten, das sind ja Leute, die oft auch was loswerden wollen, weil sie sagen, das stört mein Gerechtigkeitsempfinden. Ich möchte das nicht. Oder zu einem konkreten Fall, die wissen, da steht ein Tötungsdelikt bevor und wollen das verhindern. Also, ich habe meine Karte, meine Visitenkarte gehabt. Die waren ja überall unterwegs in der Szene. Jeder kannte eigentlich meine dienstliche Erreichbarkeit, meine Handynummer. Und ja, da hat es Tag und noch die Klingel. Also, okay, der Fall ein intrinsischer Wunsch von innen heraus, Gerechtigkeitssinn. Aber es wird doch sicherlich auch Leute gegeben haben, die sich einen Vorteil erschaffen wollten, sozusagen die Konkurrenz wechseln. Das gibt es ja die ganze Zeit. Aber wie gehst du damit um? Du wirst das ja irgendwann spüren. Naja, das ist natürlich unser Job als VP-Führer. Wir müssen natürlich aufpassen. Wir wollen natürlich nicht eine kriminelle Gruppierung unterstützen und die andere dadurch wegnehmen. Also, da muss man natürlich sehr aufpassen. Aber das ist wirklich unser Job, dahinter zu gucken. Woher kommt die Information? Was ist da dran? Was ist die Motivation? Natürlich, das hinterfragen wir auch alles. Die VP-Führung ist wirklich eine sehr, sehr verantwortungsvolle Aufgabe. Ja, vor allem, es gibt ja viele, viele, es gibt ja Fälle, die auch berichtet wurden schon. Da gibt es ja noch eine neue Dokus, gerade aus der Nazi-Welt wurden die Leute in deiner Position schon auch viel an der Nase rumgeführt. Da wurde schon Geld gesammelt und falsch Infos gegeben in dieser Zeit. Also, das ist ja sehr, sehr sensibel. Ja, das ist natürlich auch eine Anwaltstaktik. Wir wussten das ja, es gab ja so einige Kollegen, die besonders aktiv waren. Das waren insbesondere zwei andere Kollegen und ich. Da haben wir ja auch schon Informationen gekriegt. Du, pass auf, ihr sollt angeschossen werden. Es werden falsche Informationen über euch verbreitet. Die Anwälte haben ihren Mandanten geraten, pass mal auf, ihr werdet wahrscheinlich abgehört, unterhaltet euch mal am Telefon über Nachtigall, dass der, weiß ich nicht, saufen wird, besoffene Auto fährt, irgendwo schlimme Sachen macht, selber Rauschgift konsumiert oder, oder, oder. Das ist ja alles gelaufen. Wenn du das sagst, während du erzählst, geht mir immer so Filmszenen durch den Kopf. Weil ich kenne ja, keine Ahnung, The Wire oder so, so Serien und so. Wie echt sind, wie echt, wo würdest du sagen, die Serie kommt am nächsten an eine Realität ran? Was soll sagen, es gibt schon gute Krimis, die doch sehr nah an der Wirklichkeit sind. Ja, genau. Allerdings bei Drehbuchautoren ist es so, ich habe schon zu dem einen oder anderen Drehbuchautor Kontakt gehabt, wo die dann aber doch immer sagen, wo du sagst, was man aufwendet, aber real machen willst, würde ich das vielleicht so machen. Ja, das ist aber unsere künstlerische Freiheit und da wollen wir uns ja nicht reinreden lassen. Ansonsten Vorblocks, sage ich mal, ist schon relativ gut, ist schon recht realistisch. Aber in meinen Augen glorifiziert es schon wieder und verharmlost doch so ein bisschen die Verbrechen, die dahinter stecken. Ich muss immer wieder sagen, bei jeder Gewalttat, steckt ja auch immer wieder ein menschliches Schicksal dahinter. Das ist wie bei jedem Banküberfall. Es macht sich gar keiner da drüber einen Kopf, wenn einer in eine Bank reingeht. Es gibt genug Bankangestellte, die sind danach lebenslang nicht mehr fähig, ihren Beruf auszuüben. Ja, man ist traumatisiert. Das vergisst man bei jedem Film. Kassiererin im Supermarkt und so weiter, ja. Wenn einer einen Suizid begehen will und springt vor die U-Bahn oder vor eine Bahn. Es gibt genug Triebwagenführer, die sind ihr Leben lang nicht mehr fähig, einen Zug zu fahren. Und ich kann es verstehen. Ja, verrückt. Ja, man, es ist halt, ja, Filme sind cool, Einbrechen ist cool, Bankausraum, man denkt gar nicht, man romantisiert das total. Ja. Wenn du, es ist halt interessant, mit jemandem zu reden, der wirklich in Berlin, du hast ja einen großen Namen, jeder Kriminelle kennt dich, jeder, der, sagen wir mal, größere Kriminelle von Sicherheit kennt dich. Es ist also verrückt, hier in Berlin rumzulaufen und rumzufahren und die Kriminellen grüßen dich, als ob du so einer bist. Es ist schön, ne? Am Anfang war es gewöhnungsbedürftig. Aber es gab ja auch letztendlich Situationen, wo ich massiv bedroht wurde. Ja, klar. Nehme ich an, oder? Wir wissen, wo du wohnst. Wie gehst du damit? Ich bin richtig observiert worden. Wir haben schon eine Liste mit Fahrzeugen gehabt. Und wenn die dann bei einem vor der privaten Wohnanschrift stehen, dann hört es mit dem Spaß auf. Gut, ich bin 24 Stunden immer mit der Waffe rumgelaufen. Egal, wo ich, außer in der Sauna, wo sollte die zu verstecken. Ich meine mir gar keine Sorgen um dich, als jemand, der ausgebildet ist und eine Waffe hat. Aber man hat ja Schwachstellen. Man hat ja Familie, Frau, Kinder, keine Ahnung. Wird man dann sauer, fährt auch mal in irgendeinem Club von irgendeinem Rocker und sagt, hör mal zu, Junge. Es gab schon Situationen. Es war ja nicht der Einzige, ein anderer guter Freund und Kollege von mir, von der VP-Führung, der ist so massiv bedroht worden von Hells Angels, dass wir da wirklich eingefallen sind und denen auch eine ganz klare Ansage gemacht haben. Gefährderansprache nennt man so etwas. Ja, und wir finden da deutliche Worte. Aber das habe ich auch gemacht, auch im Nachtleben, auch gerade jetzt im Bereich kriminelle Clans, wie es immer so schön heißt. Den einen oder anderen habe ich mir wirklich gegriffen. Da brauchte ich keine große Verstärkung dafür und habe denen dann wirklich Ansagen gemacht und zwar richtig wirksam. So, pass auf, mein Freund, sollte da irgendetwas passieren in diesem Bereich? Sollte hier einer zu Schaden kommen? Dich stellen wir auf den Kopf und deine ganze Familie und eure Wohnungen. Ihr werdet nicht mehr glücklich. In der Regel sind diese Gefährderansprachen ein sehr wirkungsvolles Mittel. Ja. Weil die Leute natürlich keinen Bock haben, wenn irgendetwas passiert, dass sie auf links gedreht werden und sich überhaupt nicht mehr vernünftig bewegen können, ohne dass wir irgendwie eine Erde haben. Ja, man will schlafende Hunde nicht wecken. Richtig. Aber das machen ja immer wieder Leute falsch an, oder? Strategisch. Weil ich denke mir, wenn ich zu einer kriminellen Crew gehören würde, dann wäre ich silent. Ich würde gar nicht mit einem dicken Auto rumfahren. Ich würde gar keine dicke Uhr tragen. Ich finde das manchmal widersprüchlich. Ich verstehe aber natürlich, dass man es auch zeigen will, was man geschafft hat. Man ist ja stolz auf das Geld und so, aber das ist ja irgendwie dumm. Also irgendwie, du kannst ja mit deinem Blick, ich meine, ich kann das ja schon und du bist ja Experte, du weißt ja schon genau, wie hat der denn das Geld für diesen Bands so mäßig. Und dann wirft man mal zwei Augen drauf und dann observiert man, keine Ahnung, eine TÜ, wie ihr sagt. Ja. Und dann hat man es relativ schnell, oder? Verfolge den Weg des Geldes. Ja, follow the money, ja. Easy. Ja. Und so ist es auch tatsächlich. Und ich sage mal, gerade im Rotlichtbereich, früher so in den 60er, 70er Jahren hast du die Zuhälter gehabt, die mit so einer Rolex rumgelaufen sind, wo jeder gleich wusste, aha, wer ist es? Hier in Berlin hatten wir das auch zeitweilig, aber das hat man sich dann abgewöhnt. Ja. Also die intelligenten Leute, die irgendwelche Geschäfte machen, die sind genauso, wie du sie beschrieben hast. Du wärst ein Intelligenter. Man weiß es nicht. Ich habe ja nicht so viel Geld. Man weiß es nicht. Das Geld verändert einem manchmal ja auch. Ja. Und einige immer wieder konnten es dann halt nicht aushalten, mussten zeigen, wer bin ich, dicke Autos, möglichst lauter Auspuff und schon geht es los. Ja. Das ist für uns natürlich. Jetzt muss man sagen, jetzt gibt es ja, entschuldige ganz kurz nur hier, jetzt muss man sagen, es gibt ja jetzt auch von der Justiz seit ein paar Jahren diese follow the money Prinzip, dass man, also du musst mir helfen. Gesetzlich war es ja so, ich muss nicht beweisen, woher ich mein Geld habe. Du musst mir beweisen sozusagen, oder der Staat muss mir nachweisen, das ist ja eine Straftat begangen. Richtig. Jetzt gibt es da so ein bisschen eine Umkehr daran. Kannst du dazu mal? Ja. Es gibt die sogenannte Beweislastumkehr. Das heißt, inzwischen muss, wenn irgendwo bestimmte Geldbeträge aufgefunden werden oder wenn jemand eine bestimmte Immobilie kauft, muss er auf Nachfrage erklären können, woher stammt das Geld. Okay, crazy. Das muss wirklich komplett zurückzuverfolgen sein. Sollten da Zweifel sein, kann das Geld eingezogen werden. Wir haben noch nicht die ganz klaren Gesetze, wie sie zum Beispiel in Italien. Die Anti-Mafia-Gesetze, die sind natürlich... Ja, die sind ja die Profis. Die sind wirklich Profis. Die wissen, wie das geht, ja. Und die Italiener, wenn man sich mal so jetzt von den 60er Jahren bis zu heute das alles anguckt, die Entwickler, die Entwicklung, die Mafia-Bekämpfung. Also da kann jedes europäische Land eigentlich nur lernen. Die mussten das ja auch. Also es ist ja einerseits schön, aber andererseits, sie haben ja auch das Problem. Natürlich. Es gab so viele Tote und in Italien selber, die Bevölkerung war ja langsam sauer. So viele Mütter haben eben ihre Söhne geweint, weil die von der Mafia ermordet wurden. Selber dann Mitglieder waren natürlich in der untersten Ebene. Die waren für die Dreckarbeit da. Die hatten natürlich dann immer, waren die, die zuerst dran glauben mussten. Ja, Italien hat es uns vorgemacht. Bei uns gibt es noch deutlichen Nachbesserungsbedarf. Ja. Wir wünschen uns da eigentlich als Strafverfolger natürlich noch bessere Gesetze. Ja, klar. Die kämpft ja so ein bisschen. Es ist ja so ein bisschen Katze und Maus, ne? Richtig. Ihr bekommt ein bisschen Regeln, könnt ein bisschen, die anderen lernen aber auch noch dazu zu. Und jetzt kommt noch das Internet, Krypto, keine Ahnung. Nein. Dafür habe ich ja auch die ganzen, dafür sind ja auch die ganzen Rechtsanwälte da, um genau diese Lücken aufzuzeigen ihren Mandanten und sagen, ja, mach es doch so oder so oder so und dann funktioniert es. Das ist natürlich eine Sache, wo wir dann hinterher sind. Man hat natürlich auch im Bereich der Rechtsanwälte, der Notare, immer wieder Leute, die den Boden der Legalität verlassen. Weil auch ein Rechtsanwalt darf seinen Mandanten natürlich nicht aufzeigen, wie es funktioniert, um dann doch Straftaten zu begehen. Wir haben bei Rechtsanwälten genauso die Geldwäsche. Geldwäsche ist ja eine der ganz großen Themen und da hat Deutschland deutlichen Nachholbedarf. Deutschland ist einer der Hauptrückzugsländer für die italienische Mafia. Krass. Wir haben ganz viele Mafiosis in Deutschland, die hier einfach, die hier kaum ihre Geschäfte machen, aber teilweise ihr Geld anlegen. Da haben wir noch ganz großen Nachholbedarf in Deutschland, was die Geldwäsche angeht. Und da fange ich zum Beispiel jetzt auch mal wieder an gleich zu gucken, bestimmte Rechtsanwälte. Wir haben immer wieder in den großen Verfahren der organisierten Kriminalität dieselben Anwälte. Dieselben Anwälte. Hier in Berlin sind das mal so zehn Anwälte, die sofort aufzählen könnte. Wo man denn sich natürlich fragt, wie kommt denn das? Der Mandant ist ja offiziell nicht berufstätig, hat offiziell kein Einkommen, kommt aber mit zwei Anwälten an, wo ich weiß, bei dem Anklagepunkten hat der locker für jeden Anwalt erstmal 20.000 Euro in Bar auf die Tische legt. Bevorher fangen die ja nicht an zu arbeiten. Die arbeiten nur gegen Vorkasse. Und dann möchte ich mal sehen, wie viele Quittungen dafür ausgestellt wurden oder wo die Honorare überwiesen wurden. Sowas gibt es eigentlich nicht. Und hier sollte natürlich auch der Staat und die Justiz schnell nachschärfen und sagen, alle Anwaltshonorare dürften eben, darf nicht mit Bargeld gearbeitet werden, es darf alles nur über die Konten laufen. Ja, aber kann man da nicht hingehen? Also gibt es da nicht die Gesetze für? Der Gesetzgeber müsste, das ist wirklich eine Sache der Politik, das liegt jetzt nicht an den Strafverfolgungsbehörden, das ist wirklich eine Sache der Politik, hier dringend nachzuschärfen im Bereich der Geldwäsche. Und so weit sind wir leider noch nicht. Da gibt es offensichtlich genug Interessengruppen, die auch von Politikern vertreten werden. Ja, das wollte ich gerade fragen. Jemand wie du, der auf der Ebene, wo du bist, hast ja direkt mit den Leuten zu tun. Du hast eine gute Beobachtungssituation, du siehst es, du erklärst, warum hat die Politik da, warum machen die nichts? Also warum glaubst du, also du hast gerade schon gesagt, Interessensgruppen, Lobbyismus, keine Ahnung. Ich meine, es scheint ja wohl irgendwie klar zu sein, wie man da vorgehen könnte. Es ist, das wäre relativ, relativ einfach, aber dann hat man wieder Koalitionen, die irgendwo sind. Dann kann die eine Partei, möchte da eine Nuance, das anders haben als die andere Partei. Die möchten, wir sehen es ja einfach nur hier in Berlin, Rot-Rot-Grün, was wir die ganze Zeit hatten. Ich sage auch immer wieder, das ist eine verlorene Stadt hier. Hier ist Wildwuchs und die politischen Parteien waren nicht willens und in der Lage, hier irgendetwas zu ändern. Im Gegenteil, man hat Gesetze entschärft. Warum aber? Also was ist der Sinn dahinter? Es muss ja irgendeine Idee dahinter geben, wenn man was entschärft. Ja. Was ist denn da der Vorteil? Ich kann es nicht mal sagen. Also die Grünen haben natürlich eine gewisse Klientel und auch die Linken im Auge. Die Grünen arbeiten zwar gerne gegen organisierte Kriminalität, aber wenn sich von den Linken oder Grünen hinstellen und sagen zum Beispiel, oh, die ganzen Kontrollen, der Shisha-Bar ist in Neukölln, man stigmatisiert die armen Leute nur und so weiter. Ich meine, man muss sich mal einfach vor Augen halten, die Polizei und der Werbeaußendienst. Wir haben gerade im Gewerberecht so viele Gesetze, die auch kontrolliert werden sollen. Warum oder wie kann es sein, dass für jeden Geschäftsinhaber in Spandau, der hat sich an die Gesetze zu halten und in anderen Bezirken interessiert es überhaupt gar nicht. Klar muss der Staat da überwachen. Und diese ganzen Shisha-Bar-Kontrollen, die so in der Kritik stehen, letztendlich müssen wir mal sehen, die Erkenntnisse, die wir als Polizei daraus gewinnen, nämlich allein, selbst wenn wir da nicht große Verstöße sofort feststellen, aber wir treffen unter Umständen Leute an, wo wir sagen, ach, das ist ja interessant. Der hat jetzt mit dem am Tisch gesessen. Das sind für uns teilweise Erkenntnisse, die sind wirklich wichtig. Ich bin ja auch ein Kritiker von Shisha-Bar-Kontrollen. Ich habe oft das Gefühl, also ich komme ja aus Essen, ursprünglich bin Essener und unser Bürgermeister da, der ist auch mal mit einer Hand voll oder mit zwei Hände voll Polizisten drei, vier, fünf Shisha-Bars durchgegangen, hat sich da für die Presse abfotografieren lassen. Für mich scheint das Symbolpolitik zu sein. Ich verstehe total, was du sagst, dass es auch Erkenntnisse geben kann, aber ich glaube, die kann man auch haben, indem man da hingeht und einen Kaffee trinkt. Man muss sich ja zerstören, man muss sich die, man geht, also was ich oft sage ist, da will sich jemand was Selbstständigkeit aufbauen im legalen Bereich und natürlich, wir wissen alle, in diesen Shisha-Löden bietet sich manchmal an, die Banderole nicht zu melden und so weiter. Aber in jedem Friseurladen bietet es sich auch an zu sagen, es waren nur 40 Gäste da, nicht 50. In Dienstleistungsgewerbe, es ist nun mal so, dass man so ein bisschen schmuh ist immer. Aber ich weiß nicht, ob man mit 50 schwerbewaffneten Polizei da hingeht und den Leuten den Kids, die da ihr erstes Date über, keine Ahnung, über das Internet gemacht haben, da sitzen auf dem Kaffee auf dem Doppelapfel-Schlauch, die so verängstigt den Typ da, den seinen Job kaputt macht. Also du hast ja, du traumatisierst ja teilweise auch die Leute. Und ich verstehe, wenn es sein muss, verstehe ich, aber oftmals ist es ja so, mir wäre jetzt dieses, was du gesagt hast, das Netzwerkerkenntnis nicht so viel wert, wie was man kaputt macht. Weil das Netzwerkerkenntnis kann ja auch eine Überwachung machen, kann ja auch dann Kaffee trinken gehen ein paar Mal oder jemanden hinschicken, dann hat man das ja auch. Zumal die Leute sich ja eh verlinken auf Instagram die ganze Zeit. Das dürfte die Arbeit ja eh total einfach gemacht haben heutzutage. Ja, da ist, glaube ich, auch noch ein bisschen Nachholbedarf. Ja, online ist sowieso, das ist ganz schwach bei euch. Ja, ja, ja. Oder nicht mehr bei dir, du bist ja nicht mehr da, aber online ist schwach. Aber überall, glaube ich. Dafür haben wir eine hervorragende Pressestelle, die feinst gegenderte Pressemeldung rausholt, raushaut, wo ich wirklich eine Gänsehaut kriege, wie ich das sehe, wo bei mir sofort Fremdschämen einsetzt, wenn ich sowas teilweise lese. Das ist wirklich gruselig. Anstatt da die Energie natürlich darauf zu verwenden, genau wie du sagst, in dieser, ja, da sollte vielleicht die Polizeiführung mal umdenken, ob man vielleicht da... Was sagst du denn, die Kritik ist ja auch oft, dass man sagt, es ist Rassismus. Findest du das so? Was sagst du dazu? Wenn ich schon höre, dieses Wort Racial Profiling, ach, das wirklich, es nervt mich einfach. Ja. Es ist doch einfach logisch. Als Polizeibeamter habe ich natürlich auch, ich soll doch eine Spürnase haben. Ich soll doch ein Gespür entwickeln. Und wenn meine Lebens- und Berufserfahrung sagt, in diesem Bereich, im Rauschgifthandel auf der Straße, treffe ich nun mal 95% Nichtdeutsche an, dann kann ich doch jetzt nicht hingehen und ernsthaft, was Politiker ernsthaft fordern, insbesondere wir Grüne, Linke sind da ganz weit vorne. SPD stößt auch teilweise eine Thorn rein, wenn die dann sagen, oh, darf kein Racial Profiling geben. Die Polizei muss dann auf der Straße eben 50% Ausländer und 50% Deutsche kontrollieren. Und dann habe ich keinen Racial Profiling. Was ist das für ein Schwachsinn? Andersrum, wenn ich eine Kriminalitätsart habe, wo ich weiß, diese Kriminalitätsart betrifft fast ausschließlich Deutsche, dann würde jeder Nichtdeutsche zu Recht sagen, verdammt nochmal, ihr wisst doch ganz genau, ein Türke, ein Araber begeht diese Art von Kriminalität nicht, warum kontrolliert ihr uns? Da wäre die Beschwerde zu Recht. Also okay, du sagst, also das ist tatsächlich so, dass es Schwerpunkte gibt und einige Gruppen für einige kriminelle Machenschaften so viel, viel, viel mehr bekannt sind dafür. Natürlich. Bestimmte Ethnien begehen in der Mehrheit bestimmte Straftaten. Wenn ich mir dann wieder die Zahl ausgucke, deutsche Bevölkerung, ausländischer Anteil und so weiter, wir wissen ja relativ genau, wer begeht die Straftaten und wer begeht sie nicht. Und da gucke ich natürlich schwerpunktmäßig rein. Das hat mit Racial Profiling überhaupt gar nichts zu tun. Ganz im Gegenteil. Da sollen wirklich gezielt die Leute überprüft werden, wo wir wissen, das sind die, die das auch tun. Na, ich werde schon am Flughafen verdächtig oft rausgezogen. Also du sagtest gerade, dich stört, dass die immer sagen Racial Profiling. Mich stört auch Racial Profiling, nur ich bin auf der anderen Seite. Ich verstehe das natürlich, dass ich da irgendwie in das Raster falle, so aussehe, wie vielleicht der und der, der diese und diese Kriminalität macht und dann aber, ich werde schon verdächtig oft rausgezogen. Ja, wir haben, natürlich haben wir das Problem. Ich denke, wenn ich dir das einmal sagen darf, nur ein Satz nur. Wenn ich 20 Jahre auf der Straße wäre, wie du beim LKA oder was auch immer, hätte ich wahrscheinlich auch irgendwann, das ist ganz normal für die Menschen, einen Schubladendenken. Das erleichtert uns ja auch das Leben. Das ganze Denken, es ist ja klar. Und natürlich fällt da auch mal was raus und so weiter und so weiter. Das verstehe ich total. Ich denke aber, es gibt faule Polizisten und gute LK-Leute oder faule LK-Leute, die dann, der eine oder andere kann schon so ein bisschen unterscheiden und der andere, und wiederum gibt es auch faule Äpfel, die einfach faul sind und einfach, ja, jeder Schwarzkopf ist. Aber ich glaube, einmal, wenn ich mal was Doofes sage, sag mal was. Einmal wurden wir, ich war mit zwei Jungs, zwei, drei Freunden voll bepackt mit Koffern und alles, gerade vom Flughafen raus, auf dem Weg zum Auto. Wir nehmen Uber zu einem Konzert oder Festival waren wir, in Stuttgart war das, auf dem Weg zu irgendeiner Sache. Und wir sahen alle aus, nicht wie Kriminelle. Alle hatten irgendwas, keine Ahnung, coole Klamotten an, eine coole Tasche an, hatten eine teure Rollie. Und dann wurden wir eingekasselt von zivilen Leuten, die uns dann wirklich bis zum Shampoo aufmachen auseinandergenommen haben. Und dann habe ich dem Typen irgendwann gesagt, hast du schon mal einen Kriminellen, nee, nicht Kriminellen, er sagte, suche nach Terroristen, weil da irgendwie zu dem Zeitpunkt irgendwas in Europa passiert ist und die haben jetzt ein Auge dafür. Habe ich ihm gesagt, also Kriminelle mit Rollie hast du bestimmt schon gesehen. Habe ich ihm gesagt, hast du schon mal einen Terroristen gesehen, der eine terroristische Tat vorhat, der so eine Rollie anhatte, weil ich nehme an, die haben nichts mehr an. Also da geht es ja nur noch um, also die lässt ja vielleicht der Familie zurück. Ja, der Familie zurück. Also da habe ich mir gedacht, der ist aber faul, weil man sieht uns ganz klar an. Wenn du ein bisschen Ahnung hast, dass wir keine terroristische Akt vorhaben, aber ja, also weiß ich nicht, da habe ich manchmal das Gefühl, die Raster und in diesen Schubladen, wahrscheinlich ist das normal, dass man irgendwann so denkt, in jeder Berufsgruppe. Auch der Kaufhausdetektiv hat irgendwann so ein Schubladendenken und beobachtet, dann entgehen ihnen aber auch Sachen. Na ja, na klar. Aber so entsteht das ja. Das Problem ist ja gerade, da würden wir wahrscheinlich jetzt auf den islamistischen Terrorismus zurückkommen. Das ist ja einer der perfidesten, schlimmsten Terrorismus allgemein, jetzt unabhängig vom islamistischen. Wir hatten auch, wenn wir mal in die deutsche Geschichte gucken, wir hatten ja nur viel, wir hatten die RAF in Deutschland, die viele Menschen umgebracht haben. Aber wir haben natürlich weltweit ein Problem mit dem islamistischen Terrorismus. Und das ist genau wieder ein Punkt, was ich auch immer wieder sage, wo ich dann eigentlich immer wieder sage, guck mal, diejenigen Ausländer, ich sage jetzt mal allgemein Ausländer, die Straftaten begehen, die machen die Reputation der ganz, ganz vielen hier korrekt lebenden Leute kaputt. Und ich weiß es damals, als ich beim Arbeitsgebiet Ausländer war, wir haben halt viel wirklich in der türkischen Gemeinde insbesondere zu tun. Ihr habt viel mit türkischen Geschäftsleuten, mit Imamen, mit allen möglichen Leuten, die uns angesprochen haben. Und damals gab es auch gerade in Deutschland diese Diskussion, wie gehen wir jetzt mit ausländischen Straftätern um. Wo wirklich uns türkische Geschäftsleute angesprochen haben, Familienväter, die gesagt haben, Klaus, wie kann es denn sein, dass Deutschland es sich gefallen lässt, dass unsere Landsleute hier so kriminell sind und sie werden nicht abgeschoben. Warum dürfen die hierbleiben? Die machen unseren Ruf kaputt. Und das ist genau des Erachtens viele Politiker einfach nicht. Was wirklich die Saurei ist. Von den ganzen hier lebenden Ausländern, denke ich mal, sind 95 Prozent die, die hier ganz ordentlich und korrekt leben, die hier arbeiten, ihre Steuern bezahlen. Ja, es ist immer eine kleine extreme Gruppe, die aber den Ruf halt komplett... Und die halt auch in den Medien stattfindet. Die Medien funktionieren ja auch so nach, die wollen ja auch ihre Blätter verkaufen, dann überdramatisieren die alles und so weiter. Wenn ich das als Deutscher jetzt zum Beispiel sehe und sage, zum Beispiel in Thailand, ob das jetzt, weiß ich nicht, in Partei oder sonst wo ist, oder Dominikanische Republik. Ich habe so bestimmte Rückzugsorte für deutsche Kriminelle. Die hauen dann aus Deutschland ab, lassen sich irgendwo im Ausland nieder. Ja, um Gottes Willen, wie peinlich ist es mir als Deutscher, so einen Leuten zu begegnen. Ich finde es fürchterlich. Und da sage ich genauso als Deutscher, egal wo ein Deutscher im Ausland, egal in welchem Land ein Deutscher Straftaten begeht, sperrt sie weg, sperrt sie richtig lange weg und schickt sie sofort zurück nach Deutschland. Die sollen unseren Ruf als Deutsche in der Welt nicht kaputt machen. Die, auf die müssen wir hier aufpassen, in Deutschland und nicht im Ausland. Interessante Sichtweise. Ja. Weil Deutsche ja genauso auch wie alle anderen haben ja auch verschiedene, sage ich mal, verschiedene Rufe sozusagen. Es gibt den guten Ruf, den Deutsche haben auf der Welt. Das hat viel mit Wirtschaftsprodukten und so weiter und so weiter. Aber jetzt auf Malle habt ihr zum Beispiel keinen guten Ruf. Zu Recht. Zu Recht. Wenn ich das sehe. Aber man sagt ja immer, wir schicken nicht die Schlausten. Ja. Also salopp gesagt. Aber sag mal, es gibt doch auch diese Taktik, nur um jetzt nicht, ich will dieses Thema nicht überstrapazieren, aber noch einen Satz zu diesem Punkt. Und zwar, natürlich ist, ich verstehe das, man hat Schubladendenken und dann geht man mal hier auch mal, dann geht man mal in einem Laden rein, wo wahrscheinlich gar nichts passiert ist, aber dann hat man die leider in einem Raster drin gehabt. Aber was ist mit, wenn Politiker wirklich, oder nicht Politiker, sondern einer eure damaligen, ich weiß nicht, wer war das, Reul, der das gesagt hat mit den Nadelstichen? Ich meine, der sagt das so richtig. Das ist ja offensichtlich, dass das viele treffen wird, die unschuldig sind und man deren Business auch aufrüttelt. Da gibt es ja viele Berichte. Ich meine, wie heißt das nochmal, was er gesagt hat? Das System der Nadelstiche. Das heißt, man nervt die Leute so lange, man haut so lange drauf, bis was rauskommt. Aber das kann es ja nicht sein. Reul hat aber immer gesagt, die Nadelstiche in den Bereich der organisierten Kriminalität setzen. Ja, aber ist eine Shisha-Bar eine organisierte Kriminalität? Ich war also in der Frage. Doch, wir haben, ja klar, wir haben Rückzugsorte, wo wir genau, wir haben bestimmte Locations, Rückzugsorte, wo wir genau wissen, hier treffen sich immer bestimmte Personen. Die gehören ganz sicher zum Bereich der organisierten Kriminalität. Wir haben so und so viele Läden daneben, wo nicht die typischen Treffpunkte von denen sind, wo sie aber auch immer wieder mal ausweichen. Wir haben, wir haben Observationen belegt. Wir haben gerade im Bereich Neukölln, ich kann jetzt natürlich hier nicht zu viel verraten, weil ich darf natürlich auch keine Dienstleimnisse verraten, logisch. Aber wir haben Bereiche in Neukölln gehabt, wo wir bestimmte Tatverdächtige observiert haben, wo wir gesehen haben, immer dort ist der Sammelpunkt. Und wenn sie dann bestimmte andere Sachen zu besprechen hatten oder Leute getroffen haben, Kontaktleute, dann sind sie plötzlich drei Läden weitermarschiert und haben sich da reingesetzt, wo sonst eigentlich nie was war. Und das ist der Punkt, wo wir sagen, nein, wir müssen das alles mit kontrollieren. Es kann wirklich in dem Zufall so sein, wir gehen da gerade rein. Wir brauchen nicht vorher anfangen zu observieren. Wir müssen halt mit den Kräften reingehen, müssen gucken, was ist da los. Weil wenn wir anfangen, da vorher vorbeizulaufen, vorbeizufahren, observieren, wir fallen auf. Alle sagen gleich, aha. Also das muss man auch einfach mal sehen, das steckt auch dahinter. Dass nicht immer alles hundertprozentig von Seiten der Polizei aus gut läuft, das versteht sich von selber. In der Behörde arbeiten Menschen und Menschen machen natürlich auch Fehler. Ohne Frage. Sag mal, mich interessiert natürlich auch so, wenn wir schon jemanden hier haben, so einen Experten wie dich, mich interessiert auch natürlich die coolen Storys so. Du musst mir mal erzählen, gab es auch mal jemanden in deiner Behörde oder vielleicht aus euren Reihen, der mal korrupt wurde, das aufgeflogen ist, der irgendwie kriminell mitgemacht hat, sich bestechen hat lassen oder sowas? Ja, das gab es ja nicht nur einmal, das gab es oft und das Thema Korruption ist ein sehr ernstzunehmendes Thema. Nicht nur bei der Polizei, auch in der Politik, in der Justiz, überall. Stichwort Justiz, JVAs. Immer wieder kommt es vor, dass da jemand schwach wird und Häftlinge mit Betäubungsmitteln versorgt, mit Handys versorgt und so weiter. Das gibt's natürlich bei der Polizei auch. Ja. Ohne Frage. Was ist so das Gängige? Augen zu machen und nichts gesehen haben. Das ist wahrscheinlich das Gängigste. Ja, und aber das ist natürlich ein Kern der organisierten Kriminalität. Man versucht natürlich Leute in die Behörden einzuschmuggeln, um Informationen zu saugen. Oder aber man versucht, aktive Behördenmitarbeiter in irgendeiner Form zu korrumpieren. Oder aber sie machen sich erpressbar. Das heißt, sie tauchen an bestimmten Orten auf, wo sie eigentlich nicht sein sollten. Das ist immer auch diese Berührung mit Shisha-Bars. Wie oft haben die Einsatzkräfte bei Kontrollen von Shisha-Bars, wo wir wissen, das sind eigentlich Treffpunkte krimineller Personen. Ah, eigene Leute vielleicht gesehen. Eigene Leute dort gehabt. Das ist auch eine Sache, die wir verhindern wollen und die unserer Erkenntnis gewinnen wird. Und klappt das mit dem Verhindern? Man hört ja immer, es gibt so eine, die Amis sagen eine Blue Wall. Was sagt man auf Deutsch? Green Wall oder so? Keine Ahnung. Nee, nee. Das funktioniert. Also es funktioniert immer wieder. Und wenn man sich mal so anguckt, was angeklagt wird, es läuft derzeit ein Verfahren gegen einen Beamten aus dem LKA, der im Bereich der Einsatzsteuerung bzw. taktische Einsatzmittel ist, der in einer hochbrisanten Stelle saß, der Geld veruntreut hat. Korruptionsdelikte sind zwar bis jetzt nicht angezeigt worden, aber wenn natürlich Beamte sich an bestimmten Örtlichkeiten aufhalten, dann machen sie sich unter Umständen erpressbar. Und ja, da versucht man natürlich immer. Oder es gibt eben Beamte, die haben, wie weiß ich, wir sagen immer, klar, wir sind auch nur ein Durchschnitt der Bevölkerung. Es gibt Leute bei der Polizei, da existiert Drogensucht, es existiert Spielsucht. Davor ist auch bei der Polizei niemand geschützt. Was ich auch verstehe, man ist auch nur ein Mensch. Ich meine, das mit den Behörden in der JVA, das verstehe ich noch am ehesten. Weil ich sage ja immer, die Behörden, die in der JVA arbeiten, die tun mir auch leid. Manchmal denke ich so, du sitzt ja auch im Knast im Prinzip, wie so ein Freigänger. Du bist ja auch da zehn Jahre und die anderen kommen noch irgendwann raus, du nicht, du bist doch weiter. Ja, aber das verstehe ich. Man ist ja eng auf eng. Man weicht irgendwann auf und Gelegenheit macht nun mal auch die Sache. Und das verstehe ich schon, wenn man lange zu tun hat. Wurde dir denn schon mal was angeboten, so irgendwas, Geld oder irgendwas? Hey, Klaus, mach doch mal hier. Klaus, wir kennen uns doch. Bei einer Verkehrskontrolle tatsächlich war aus einem osteuropäischen Land einer, den haben wir bei einer Rotfahrt erwischt und der hat durch das offene Fenster vom Funkwagen, hat der mir 100 Mark hingelegt. 100 Mark, das ist heute 5.000 Euro. Das ist richtig viel Geld. Er hat dir gesagt, ey, komm bitte, lass mal gut sein. Ja, sowas geht gar nicht. Nein, wir haben es angezeigt, natürlich. Lass den Mann noch gehen. Das ist krass. Ne, das ist krass. Also, wenn ich... Ist doch nichts so schlimm, Rotamt. Wenn ich mal in Länder gucke, wo wir die Korruption haben... Ja, es gibt das ja. Ich meine... Das sind kaputte Länder. Ja, es sind... Ich sage auch, dass es... Die sind echt... Das Ding ist halt, oft sage ich, also meiner Meinung nach ist immer, dass man Leute in diesen Positionen immer sehr gut bezahlen muss, damit sie gar nicht erst auf die Idee kommen. Und aus Ländern, und ich komme ja aus einem dieser Länder, wo man... Wo Bestechung wirklich zum System gehört. Also ohne Bestechung würde gar nicht funktionieren. Das ist doch großartig, oder? Es ist irgendwie Teil der Gesellschaft. Jeder weiß, du nimmst deinen Ausweis. Bei so einer Situation würdest du deinen Führerschein geben und da ist noch Zwanny drin oder was. Das ist ganz normal. Das ist so wie in Amerika, die Kellner nicht so viel Geld kriegen, weil man davon ausgeht, die kriegen genug Trinkgeld. Das ist mal denen auch schon. Ja, und das ist natürlich ein Riesenproblem. Ich glaube, zu einer richtig guten Demokratie oder zu einer guten Demokratie oder zu einer guten Gesellschaft gehört halt, dass Behörden so unabhängig, gerade Staatsanwälte, Polizisten. Ja. Dass sie gute Bezahlung haben, dass sie gut geschützt sind, dass sie auch Traumabewältigungen und solche Angebote haben. Ja. Und ich glaube auch gerade, wenn man, das wirst du ja besser wissen, gerade wenn man zehn Jahre in so einem Schichtdienst arbeitet. Alter, du bist kaputt. Du brauchst einen... Lehrer kriegen ja immer so ein Sabbatjahr. Habt ihr sowas auch? Ja, könnten wir auch nehmen. Also finde ich sehr... Also ich finde, sowas muss sein, weil man ist ja... Man darf nicht vergessen, unter was für einem Stress und Dauerbelastung. Ich kann mir vorstellen, dass das... Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu privat, wenn ich so frage, aber das geht ja auch auf die Private, auf dein Leben, auf Ehe, vielleicht... Das wirkt sich auf alles aus. Ja. In bestimmten Dienststellen ist die Scheidungsrate auffällig. Ja, ja, genau. Ganz genau. Natürlich, das geht irgendwas nicht mehr. Das war ja früher bei mir nicht anders. Ich bin ja Tag und Nacht im Dienste gewesen. Und ich habe überhaupt gar keine festen Beziehungen gehabt, weil es ging gar nicht, weil irgendwann jede Frau hat natürlich... Wer macht das mit? Ja, ja. Ja, jede Frau sagt, hallo, ich wollte mal Wochenende mit dir haben, aber du bist nur unterwegs. So. Und das ist halt so, aber das hat mir damals auch nichts ausgemacht. Ich glaube immer, war okay, war so, aber ja, für viele ist das natürlich sehr belastend. Gerade die Kinder haben, die Familie haben, den Schichtdienst. Und wie du sagst, die Bezahlung ist ein ganz großes Problem. Unsere Abgeordneten, egal jetzt, ob im Bundestag oder in den Länderparlamenten, argumentieren, ihre gute Bezahlung, ihre überdurchschnittlich gute Bezahlung muss deshalb sein, damit sie unbestechlich sind. Aber das ist aber euch ja genau so. Und das ist genau das, was du sagst. In vielen Behördenbereichen, ob es jetzt bei der Justiz ist, ob es bei der Polizei ist, ob es in der Justiz ist, bei den Staatsanwälten. Na, Entschuldigung, da sind die Leute teilweise ja noch Anfälliger. Und es ist ja nicht so, ob schon die eine super krasse Bezahlung kriegen, machen ja trotzdem Maskendeals und machen noch 20 Millionen. Das ist so eine Möglichkeit. Es gibt immer Leute, die kriegen einfach den Sack nicht voll. Sag mal, hast du in deiner Zeit jemanden gehabt, oder jetzt brauchst du keinen Namen nennen, aber so einen Typen oder eine Crew, die du gefressen hast, wo du gesagt hast, Mann, 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 irgendwann kriege ich euch. Man sieht das ja manchmal in so Serien, dass über drei Staffeln hat der so eine Hasskick auf denen, aber die machen nichts, die lassen sich nicht... Unentastbar. Ja, ja, gibt es sowas. Ja, natürlich. Wir haben natürlich auch Leute in Bereichen gehabt, wo wir gesagt haben, okay, euch müssen wir einfach mal an die Eier packen. Aber ich muss so sagen, und darum, was ich auch neulich so im Vorfeld, als wir vor dem Gericht gewartet haben, was ich auch dann gesagt habe, weißt du, ich kann jeden Morgen aufstehen, kann in den Spiegel gucken. Ich muss sagen, innerhalb des LKAs, in unserem Kommissariat, ich hatte wirklich durchgehend vom Kommissariatsleiter über seine Stellvertreterin bis hoch zu meinem Abteilungsleiter, ich hatte hervorragende Vorgesetzte. Ich bin so sozialisiert worden beim Landeskriminalamt, also dass man, wie man das auch so aus dem Fernsehen vielleicht kennt, aus irgendwelchen Serien, dass Polizisten irgendwelche Akten fälschen und irgendwas reinschreiben, was überhaupt nicht den Tatsachen entsprochen hat. So was kann ich dir wirklich hier vor der Kamera sagen, hat es bei uns nie gegeben. Da ist ganz klar, ich habe viele Ermittlungsverfahren geführt, wo ich von der Schuld der Tatverdächtigen überzeugt war. Aber wenn die Beweislage es tatsächlich nicht hergegeben hat, dann hat man nicht irgendetwas erfunden. Und ich glaube, dass diese Tatsache, also viele Leute aus der Szene, ob es jetzt aus der Rocker-Szene ist, ob es jetzt kriminelle Großfamilien oder andere irgendwelche Kriminellen sind, viele, die mich kennen, die wissen das. Jeder weiß eigentlich, dass ich nicht link war. Und sowas gab es in unserem Kommissariat nicht. Wenn da etwas nicht, dann haben wir auch geschrieben, weitere Beweise, weitere Ermittlungsanhalte bestehen hier nicht und bitten um Einstellung des Verfahrens, sonst haben sie an die Staatsanwaltschaft gegeben. Obwohl du das Gefühl hattest und obwohl man auf der Straße sowieso gehört hat, wer die Münze geklaut hat, ist klar. Aber das muss man erst mal beweisen. Richtig. Und das macht unseren Rechtsstaat aus. Ja, aber das ist ja gut so eigentlich. Also korrekt, wenn du so gearbeitet hast. Natürlich. Man kennt das auch anders. Auch wenn man zähneknirschend dasteht, aber so ist der Rechtsstaat und das ist so. Das ist ja genauso wie jetzt mit dem Urteil in Sachen Abou Chaka. Ich persönlich, das ist rein meine persönliche Überzeugung, die sind für vieles gut. Die haben viele Sachen gemacht. Wir haben viele Informationen gehabt, was alles gelaufen ist im Bereich organisierte Kriminalität. Weiß ich, wie sie arbeiten. Mit Gewalt, mit Drohung von Gewalt, mit Einschüchterung von Zeugen und, 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 und. Und das ist eine Sache, das Gericht hat jetzt so entschieden. Ich finde das Signal, was nach außen gesendet wurde, gerade im Hinblick so auf die Jugend oder auf so Schwellentäter, Nachwuchsgangster, finde ich fatal. Aber ich finde die Begründung der Kammer, ich habe da sehr genau zugehört, die finde ich durch und durch nachvollziehbar. Hinterher wurde gleich gesagt, ja, jetzt berichte mal Bushido, der Lügner, jetzt ist alles erwiesen. Das hat ja die Kammer so nie gesagt. Ja, die haben gesagt, die glauben ihm nicht, aber die sagen nicht, dass er lügt. Die sagen, es ist einfach noch, es hat das ein bisschen kurios ausgedrückt, weil ich finde, wir glauben dir nicht, wir geben frei, impliziert ja, dass da auf jeden Fall gelogen worden ist. Aber er hat so anders, der Richter hat es ein bisschen anders gesagt. Es reicht nicht irgendwie, hat er gesagt. Genau, es ist so, dass man einfach begründete Zweifel an der Aussage hatte. Und die Motivation war es in Frage. Die Motivation, dadurch, dass Anna Maria auch im Gerichtssaal gesagt hat, euch bringe ich alle in den Knast und so weiter. Emotionen haben im Gerichtssaal nicht zu suchen. Da hat ja auch das Gericht zu gesagt, die Aussage war eben sehr wertend und sehr tendenziös, nur in die belastende Richtung. Und darum hat das Gericht nochmal genau ausgeführt, warum sie diesen Freispruch da gemacht haben. Ich habe mich sowieso etwas auch über die Anklage in der Form gewundert. Wie gesagt, ich kenne jetzt die Akte nicht hundertprozentig und darüber dann etwas zu sagen, ist natürlich immer schwer, wenn man nicht wirklich den ganzen Vorgang auch kennt. Aber zur OK-Staatsanwaltschaft Berlin muss man natürlich auch mal so das gesamte sehen. Der ehemalige Leiter der OK-Abteilung, Oberstaatsanwalt Kramstra und sein ganzes Gefolge, die sind ja nun auch nicht unumstritten. Es gab ja da genug Verfahren, die sind denen einfach mal komplett um die Ohren geflogen, so wie jetzt auch dieses Verfahren. Es gab Verfahren, die sind noch früher ihnen um die Ohren geflogen. Da hat das Kammergericht Berlin ihnen sogar komplett verweigert, dass die Anklage durchgeht. Also es gab da unschöne Sachen. Und da muss man eben sehen, so wie es gelaufen ist. Wobei ich dir ganz ehrlich sagen muss, die Schilderung von Arnis in Bezug auf diesen Tag, was da gelaufen ist, mit die Tür zu machen, wo Nasser anwesend war. Meine persönliche Meinung, die Darstellung glaube ich ihm sogar. Ja, aber das ist nie das Problem gewesen. Sogar ich habe die Darstellung geglaubt, weil die ja so sehr realistisch klingt. Wenn man so ein bisschen sich auskennt, wenn man die Personen kennt, man glaubt das. Aber dann kam diese Audioaufnahme und dann hast du Zweifel gehabt. Und es war ganz anders. Genau. Und da hat die Kamera ja auch was. Also ich glaube schon, dass es bestimmt solche Tage gegeben hat. Ich meine, Bushida hat in seinem Buch, in seinem Film und so weiter schon von diesen Tagen berichtet oder erzählt. Der hat jahrelang sich darüber auch, sagen wir mal, darüber auch definiert, dass man sowas macht. Da war er nur aber auf der anderen Seite. Natürlich. Er hat profitiert davon jahrelang. Ja, was ich gesagt habe. Ey, natürlich. Also ich habe nie gesagt. Also meinst du, meiner Meinung nach, ich werfe Bushido gar nicht vor. Selbst wenn er gelogen hätte, das kann er ja machen. Das ist sein Fall. Er will da gewinnen und so. Das würde ich ihm nicht vorwerfen. Auch wenn man es jetzt eben moralisch nicht korrekt. Aber er hat seine Karten gespielt. In Ordnung. Und Arafat spielt seine Karten. Meine, was ich mich aufgeregt habe, wenn es um mich persönlich geht, ist, die beiden haben hier was im Zivilbereich. Da geht es um Management, da geht es um viel Geld und was. Ja, ja, ja. Was haben wir damit zu tun? Also warum geht die Staatsanwaltschaft, die Petra Leister geht da hin und macht drei Jahre, das ist ja völlig lächerlich. Wir haben uns Experten angehört, Strafrechtsprofessor hier aus Berlin, der hat gesagt, fünf bis zehn Tage hätte das kosten müssen. Nichts mehr. Da hätte man schon längst die Entscheidung haben können, ob schuldig oder nicht. Das ist, weißt du, es ging mir nur darum, wie lächerlich. Und du hast ja recht, das Signal ist totale Katastrophe. Nur, du hast ein gutes Wort gesagt, Schwellengangster, wie Schwellenländer. Aber ich weiß nicht, die Staatsanwaltschaft, jetzt wollen die in Revision gehen. Nach 62 Zeugen, hinter jedem Busch nachgeguckt, wegen einer halben Flaschenwurf und eine Tür zugemacht. Ich verstehe schon, dass das eine krasse Situation ist. Aber wie viele Zeugen wollen die noch? Also was sagst du denn dazu überhaupt, zu den ganzen 2,5 Millionen soll das gekostet haben? Ist das gerechtfertigt für diese Sache? Es ist gruselig. Ich finde es wirklich gruselig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin ja nun, was Juristen angeht, wirklich sehr gut vernetzt. Also sowohl aus dem Bereich der Staatsanwaltschaft als auch Rechtsanwälte und so weiter. Ich bin wirklich sehr, sehr gut vernetzt, was Juristen angeht. Und allesamt, die jetzt mal sich gerade den Fall Bushido angeguckt haben, auch Staatsanwälte haben eigentlich nur die Augen gerollt. Da muss ich aber, wie gesagt, sagen, vorher nochmal, was ich schon begonnen hatte, die UK-Staatsanwaltschaft in Berlin ist nochmal ein ganz besonderer Fall. Es gab hier schon viele, viele Sachen, die sie angefangen haben, wo sie erstmal drauf geprügelt haben, was ihnen so um die Ohren geflogen ist. Nehmen wir jetzt mal dieses Artemis-Verfahren. Ja. Sag mal, du kannst zwei Sätze dazu sagen, falls die Leute nicht wissen. Artemis ist das Großbordell in Berlin, in Berlin-Hallensee, in der Nähe vom Funkturm. Da wurden die Inhaber angeklagt wegen, soweit ich weiß, Menschenhandel, insbesondere Steuerdelikte und so weiter und so weiter. Und von diesem Fall kenne ich auch die Akte. Und wenn ich da zum Beispiel gesehen habe, da hat sich der Oberstaatsanwalt Kamstra vor die Presse hingesetzt und hat gesagt, oh, die Frauen wurden in diesem Bordell wie Sklaven auf Baumwollfeldern gehalten. Ja, gibt die Akte nicht her. Also habe ich wirklich nur gestaunt. Auch das ist dem komplett um die Ohren geflogen, alles der Staatsanwaltschaft Berlin. Das ist schon wirklich peinlich. Das ist krass, aber woher kommt das? Einfach diese Erfolgssucht, dass man Erfolge vorweisen will? Weißt du, bei dem Thema Bushido, da bin ich ein bisschen mehr im Thema. Und da muss ich sagen, ich habe mir auch angehört, was Anwälte und andere Justen sagen. Wir haben uns ja vor Gericht auch getroffen. Ich war ja ein paar Mal da. Du warst nur einmal da, du warst nur am Ende da. Mir ist nur immer aus dem Saal berichtet worden. Ja, genau. Ich habe auch aus dem Saal Leute, die ich kannte und Journalisten haben mir immer wieder gesagt, ich war ein paar Mal da. Und was mir Leute immer gesagt haben, ist, das ist kein guter Zeuge, das ist ein schwacher Zeuge. Da hätte man eigentlich so ein Verfahren, auch nur die Aussage von Bushido, hätte man gar nicht anfangen müssen. Das ist dann zu schwach, weil er zu involviert ist, zu eng war, die Motivation ist in Frage zu stellen und viele weitere. In Ordnung. Jetzt frage ich mich, warum geht man aber dann? Also, die Chance, also, wenn man abwägt, die Chance zu gewinnen und die Chance, den Ruf zu verlieren, der Staatsanwaltschaft ist doch viel zu wichtig. Also, ich würde doch viel mehr noch gucken, noch ein bisschen mehr beweise, wenn ich gegen Arafat, 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 aber wahrscheinlich ein großer Name, in eurer Szene sozusagen, auch, ich meine, in der Hip-Hop-Szene, für uns ja, aber für euch ja auch wahrscheinlich noch viel länger und viel größer. Aber wenn ich gegen den vor Gericht gehe, dann muss ich das auch gewinnen. Denn, weil das sieht, wie albern sieht das jetzt aus? Nach dreieinhalb Jahren geht er einfach mit Freispruch nach Hause. Also, das sieht nicht gut aus. Nein, 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 das sieht überhaupt nicht gut aus. Ich will ja noch ein paar Beweise sammeln und ich würde mal, ich würde, ich würde, das ist auch wie in den Filmen, wenn die das immer so schön sagen. Das reicht noch nicht. Das ist das, was mich auch wirklich gegraust hat, wo ich gesagt habe, wir haben ja vorher noch gesprochen, haben ja viele gefragt, ob jetzt Ali, wo mal hier war, uh, was denken sind, was gibt es. Ich habe gesagt, ja, also meines Erachtens ist hier von Freispruch bis Haftstrafe alles drin. Ja, hast du mir auch gesagt. Es war ja gar nichts mehr, ich habe auch gar kein Gefühl mehr gehabt. Ich habe zwar gesagt, Sachlage und Audio und bla, von meiner Laienmeinung her müsste das Freispruch geben. Plus, ich habe dir ja auch noch gesagt, das Gericht wird aber ihm noch wegen der Audio dann wahrscheinlich Strafe geben. Haben die dann auch gemacht. Aber das ist doch lächerlich. Wegen der Audio-Geschichten, das war ja auch, das ist ja auch so eine sonnenklare Beweislage gewesen. In der Szene wusste ja eigentlich schon jeder, dass Arafat inner ist, der ständig alles aufgezeichnet hat und ach, da gab es ja so viel. Und ja, aber dass das eben eine Straftat ist, ist vielen Leuten eigentlich gar nicht bewusst gewesen. Ja. Ja, und es hat mich doch, wie gesagt, etwas gewundert. Die Staatsanwaltschaft hat hier ihre, die UK-Staatsanwaltschaft Berlin hat hier ihre, ich sage es jetzt einfach mal, typische Linie verfolgt. Wir haben uns auf eine Linie eingeschossen und da gehen wir durch bis zum bitteren Ende. Und wenn dabei nichts rauskommt, das Zeichen ist fatal. Ich habe damals schon wirklich Angst gehabt, als das Verfahren gegen Kadir Padir, Hells Angels gelaufen ist mit dem Wettbüro-Mord. Ich habe immer nur gesagt, wenn das einen Freispruch geben sollte, das wäre eine wirkliche Katastrophe. Stell dir das mal vor. Aber ich muss sagen, wobei ich diesen Fall auch, ich kenne die nur durch die Medien, ich habe es jetzt nicht so krass verfolgt, bin nicht vor Gericht gegangen oder so, aber ich kannte das halt wie alle anderen auch über die Medien. Und ich muss sagen, das ist ja auch ein total verrückter Fall, auch von der Staatsanwaltschaft her. Es gab ja sogar eine Rüge gegen die, die haben ja auch, wurden gerügt, weil die, weil die, ne, ging um die, ähm, ging um die Verfahrensdauer oder, ich weiß es nicht, ja. Und auch, dass die LKA, glaube ich, den Betroffenen, den Verstorbenen, den Ermordeten, kann man sagen, den, äh, gewarnt haben sollen. Taye Özbek ist er, glaube ich. Taye Özbek, genau. Nur, dass man ihn da nicht gewarnt hat, es hätte eine, das hätte eine, wie nennst du das nochmal in der Fachsprache? Es hätte eine Gefährderansprache geben müssen. Ansage, genau. Genau. Man hätte ihn warnen müssen, das haben die nicht gemacht. Weil halt... Dann hat man gesagt, ja, vielleicht haben die es nicht gemacht, weil die das bis genau vielleicht provozieren wollten, ich weiß es nicht. Ja, aber das, also, da, da, ich kenne, ich kenne diejenigen, die da alle damit mitgewirkt haben und da kann ich nur sagen, nein. Also, das auf gar keinen Fall. Insbesondere eine Kollegin, die da in die Schusslinie geraten ist, meines Erachtens wirklich völlig zu Unrecht, die kenne ich so viele Jahre, mit der habe ich wirklich zusammengearbeitet und nein, das ist keine Kollegin, die aus Spaß hier irgendwie sagt, wir provozieren jetzt hier mal was. Ja, oder was haben die dann, haben die es versäumt einfach? Es war ja auch menschlich, weil man es einfach versäumt. Nein, es ist einfach diese, es ist ja keine Live-TÜ gewesen. Also, man geht immer davon aus, da sitzt immer jemand, der sich das live anhört, wenn da irgendwas passiert. Das ist aber personell gar nicht machbar. Oft ist es eben bei Telefonüberwachungsverfahren so, dass man das dann hinterher aufarbeitet, ein, zwei, drei Tage später. Und wenn dann mal viel andere Arbeit anfällt, dann bleibt eben so eine Telefonüberwachung auch mal mehrere Tage liegen, ehe ich das dann aufarbeiten kann. Viel muss dann auch mit Dolmetschern gemacht werden, weil nicht die Sprache. Ja klar, wird auch Slang gesprochen. Manchmal vermischen die sich auch drei, vier Sprachen auf der Straße, das ist ja ganz normal. Genau. Und also hier bin ich mir hundertprozentig sicher, da hat keiner da gestanden und hat gesagt, ach, wir kicken mal, bis die Uftal hier losgehen. Nein, es wird niemand ans Messer gemacht. Naja, ich meine, das kam in der Doku bei Spiegel TV, glaube ich, kam das so ein bisschen so rüber. Aber ich will nur sagen, das war ja auch so ein Fall, da, also meines Erachtens, wirklich meine Leinmeinung, hat sich die Staatsanwaltschaft da jetzt auch nicht so in den Ruhm abgeholt, aber okay. Ja, wobei man letztendlich, glaube ich, diesen Fall wirklich ganz gut bearbeitet hat. Man hat sein Ding durchgezogen. Aber da muss ich jetzt auch wieder die Kollegen, alle beteiligten Kollegen im LKA doch loben, weil da ist so viel Ermittlungsarbeit reingesteckt worden. Die Mordkommission hat sehr viel getan. LKA 4, OK hat sehr viel getan. Also da haben schon alle wirklich, man wollte auch Licht ins Dunkel bringen. Also es ist hier auch mit Sicherheit nichts vertuscht worden. Es ist hier ganz klar darauf hingearbeitet worden und hätte da wirklich jemand einen Fehler gemacht, der zum Tode von Tahir Özbek geführt hätte, in deren Haut hätte ich nicht stecken können. Ja, sicher, sicher. War das, das ist der krasseste Fall so in Berlin oder würdest du sagen, also... Da gab es viele. Ich erinnere mich noch an das Drive-By-Shooting, wo man... Auf die Türsteher geschossen hat diese oder welche? Naja, wo man Bartelt erschossen hat. Einer, der war vorher bei Bandidos, ist dann zu rot-weiß, der ist beim Drive-By-Shooting erschossen worden. Mutmaßlich waren Hells Angels die ausführenden Täter. Wir sind uns relativ sicher, wer es war. Das ist jetzt wieder einer dieser Fälle, aber die Beweise haben nie gereicht. Wenn du, wenn du... Aber das ist ja, das hilft ja einem schon, wenn man eine Nase hat dafür, wie das sein könnte und dann ermittelt man in die Richtung. Ja. Hast du schon mal so, warst du dir schon mal so sicher oder vom Team her, das waren die, dann habt ihr ein halbes Jahr lang recherchiert und dann war das jemand ganz anderer, dass man total falsch lag? Ja, wir haben tatsächlich mal einen Ermittlungsfall gehabt, wo wir uns relativ sicher waren, wer denn der Tatverdächtige ist, wo uns dann aber eine Zufallsspur auf eine ganz anderen, auf jemanden ganz anders gelenkt hat, der war es dann gewesen. Ja, das passiert auch darum. Und ich sage mal auch so wie in den Filmen, ich sage mal wie in den schlechten Filmen, dass man jetzt unbedingt einen rankriegen will und da wird hingearbeitet und dann werden vielleicht Beweise manipuliert, nur um irgendjemanden verurteilt zu kriegen. Das sind für mich wirklich die schlechten Filme, weil das willst du als Ermittler doch gar nicht. Wenn du zum Beispiel ein Tötungsdelikt zu bearbeiten hast, dann willst du doch wirklich denjenigen festnageln und verurteilt haben, der es wirklich war. Es hat doch nichts, es bringt mir doch nichts als Ermittler, wenn irgendeiner dafür verurteilt war, der es gar nicht war und der andere mordet locker weiter und begeht die nächste Tat. Das willst du nicht. Du denkst meistens, ich glaube Fehler passieren eher, weil man wirklich überzeugt davon ist, dass dieserjenige, der das ist. Ja, da muss man wirklich Scheuklappen ablegen und darum ist es immer wieder gut, so haben wir es zum Beispiel gemacht, dass wir Vorgänge immer wieder von anderen Kollegen auch nochmal gezeigt haben und haben lesen lassen. Man selber ist nachher, hat die Scheuklappe auf, aber wenn dann ein Unbeteiligter nochmal raufguckt und sagt, du, ich glaube hier hast du dich verrannt, gucke mal, lies mal die Seite, lies mal bei dir Seite und das passt hier nicht zusammen. Ja, das ist immer gut, Vier-Augen-Prinzip. Genau, bei uns teilweise sechs und acht Augen-Prinzip. Das ist super. Wenn das klappt, ist das super, weil man ist, das ist ja in jeder Branche so, dass man einfach einen frischen Blick braucht, jemand der nicht vorher schon, ja, wie dieser Fall, dieser terroristische Geschichte, die vor ein paar Jahren war, dieser Fall Amiri. Amiri oder so, ne? Ja, genau. Amiri, der Täter vom Breitscheidplatz. Ja, ich hatte mal, ich habe mir einen Podcast darüber, also hörst du dir eigentlich Crime-Podcast oder so an oder sowas? Ab und zu, ja. Ja. Kennst du den von Zeitverbrechen? Zeitverbrechen kenne ich natürlich. Ja, also ich liebe diese Sabine, die das mal erzählt, die ist so trocken. Die hat diesen Fall mal aufgeschlüsselt und das war ja richtiges Versagen, sag ich mal, zwischen der Kommunikation der Behörden. Ja. Und das ist, dann habe ich mir gedacht, Alter, wir sind in 2020, 2022, im Zeitalter von Internet und alles. Das hört sich so an, wie Fax mal und Taube ist nicht gekommen. Was ist das denn? Also, dass das noch passieren kann. Ja, naja, in Deutschland, was die Digitalisierung in Deutschland angeht. Das ist ja unglaublich. Das Thema wirst du ja bestimmt auch erfolgen. Ja, und auch. Wir sind ja jahrelang zurück, ne? Ja, dass man diese, also, ne, falls die Leute das jetzt nicht genau wissen, dieser Typ war eine Zeit lang schon überwacht worden in NRW und zwar ganz gut schon, also die hatten ihn ganz gut im Blick. Dann ist er nach Berlin gegangen und dann haben die Kollegen da, weil die da nicht mehr mitgehen können, ne, wahrscheinlich. Genau, das wurde dann übergeben. Genau, und dann übergeben die das dem Team Berlin und die haben dann das nicht weiterverfolgt. Oder die Dringlichkeit vielleicht nicht gesehen, keine Ahnung. Doch, man hat es am Anfang auch weiterverfolgt, aber irgendwann ist man zu der Erkenntnis gekommen, es scheint hier nicht diese konkrete Gefahr zu bestehen, wie es aus NRW eingeschätzt wurde. Ja, krass. Man muss dazu sagen, die Strafverfolgungsbehörden, egal wo in Deutschland und insbesondere auch die Staatsanwaltschaft Berlin, die Polizei Berlin, ist personell sowas von unterbesetzt. Ich weiß, das hört man immer wieder. Ja, aber es ist glaube ich schon so. Und wir haben, ich glaube, an die 600 Gefährder in Deutschland rumzulaufen, nur aus dem islamistischen Bereich, wo wir sagen, die könnten jederzeit, die sind gewaltbereit und die könnten jederzeit einen Anschlag begehen. Du hast in ganz Deutschland gar nicht so viel Polizei und Observationseinheiten, um diese Leute 24 Stunden unter Wind zu halten und Telefon zu überwachen. Du musst, die Kollegen, das ist eine ganz schwierige Aufgabe von den Kollegen, die müssen wirklich einschätzen, wer ist jetzt im Moment gerade so gefährlich, wo hier unmittelbar ein Anschlag vielleicht bevorstehen könnte. Keiner will, dass irgendwo einer sich in die Luft springt oder irgendwas macht. Nee, das werfe ich dir noch nicht vor, aber ich denke, das sind riesige Kommunikationsfehler. Da hat es einfach auch wieder gekriselt. Ja, ich weiß noch, ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass aus NRW der Vorwurf Richtung Berlin kam. Ja, und der Leiter dieser Einheit, der war immer schlecht erreichbar, den hat man nie gekriegt. Nun muss ich dazu sagen, dass der Leiter damals dieser Einheit mein alter Chef war und ich den wirklich kenne und das einer der ganz tollen Chefs war, die wirklich immer erreichbar waren. Der war 24 Stunden erreichbar, da war die Handy-Nummer da und wenn du den gebraucht hast, dann hast du ihn erreicht. Also das war so eine Sache, wo ich sage, also nee. Ja, da wurde, glaube ich, ein bisschen hin und her geschoben, der schwarze Peter so, aber ja, es ist total verrückt, Mann. Ich denke mir so, wenn ich so ein LKA-Typ bin oder so der Chef sogar, 24 Stunden erreichbar bin, weil irgendwelche Gefährder oder sogenannte Schläfer oder so, egal jetzt aus welcher Branche, aus welcher Szene die sind, die sind ja 24 Stunden ready für irgendwas und vielleicht auch nicht. Und du kannst ja gar nicht mithalten, weil du hast ja noch ein Leben. Du hast ja noch eine Frau oder Kinder, du musst ja noch zu Eltern Sprechtag oder sowas. Und du musst ja dann telefonieren. Ey, das ist kein Leben. Ich hatte ja dieses Diensthandy 24 Stunden an. Das war sowohl für die Kollegen, dass wenn sie irgendwo auf der Straße irgendwelche Vorfälle mit Rockern, Türstehern und sonst was hatten, konnten die mich anrufen, um Rat zu fragen, wenn sie Rat benötigt haben. Aber das war ja genauso gut für Hinweisgeber. Das heißt also, und wir haben so viele Anrufe gekriegt, wo es dann hieß, pass auf, hier steht eine Riesenschlägerei an, das kann hier Tote geben, es werden Messer mitgeführt und kommt bitte schnell. Wir konnten präventiv so viel machen. Wir haben so viele Sachen verhindert durch tolle Hinweise, wo eben Leute auch aus gewissen Familien angerufen haben, die einfach nicht wollten, dass es da jetzt, wiss ich, Tote, Verletzte, die selber auch aber mal Angst um sich hatten, gesagt haben, warum soll ich jetzt hier in diese riesen Auseinandersetzung gehen? Menschlich alle durchaus verständlich. Und wir haben wirklich mit dieser BAO-Rocker und Türsteher-Szene damals, wir haben wirklich sehr, sehr erfolgreich gearbeitet. Natürlich konnten wir nicht jedes Verbrechen verhindern, ist klar, aber wir haben doch ziemlich schnell oft Ermittlungsergebnisse gehabt und wir konnten präventiv echt eine Menge tun, gerade so im Bereich Neukölln. Da waren wir schon echt gut am Ball und das ist leider alles verfallen. Nein, gibt es heute nicht mehr. Wieso nicht? Als ich dann raus war, gab es keinen mehr, der das übernommen hat. Die BAO-Rocker-Türsteher-Szene, die wurde aufgelöst, die wurde dann überführt in die BAO-Nachtleben, aber man hat einfach gar nicht mehr diese ganzen Kräfte zur Verfügung gestellt. Das Problem war einfach nicht mehr da, man hat es aus den Augen verloren und seitdem haben wir wieder den Wildwuchs. Das ist in so vielen Bereichen. Es gab zum Beispiel in jeder Polizeidirektion ein sogenanntes Drogenkompetenzteam, die sich hauptsächlich um Bekämpfung von Drogen im Straßenverkehr gekümmert haben. Ja, die waren so erfolgreich, die sind in Ruhleben vom Hof gefahren und Charlottenburger Chassé, spätestens hatten sie den ersten, der, weiß ich nicht, auf Koks oder völlig zugekifft gerade frisch oder noch den Joint im Auto denn gefahren ist. Die hat man aufgelöst. Die haben so viele Vorgänge gebracht, die hat man aufgelöst. Das ist verrückt. Warum aber? Eigentlich würde ich ja sagen, man muss es aufstocken. Ja. Weil dieses, was du gesagt hast, das ist, das würde ich sagen, ist eines der besten Sachen, dieses Präventive schon. Genau. Dieses schon mal hingehen, schon ganz früh. Nicht erst hingehen, wenn einer schon abgeschlossen wurde und du weißt, eine Familie will jetzt noch Rache üben. Ja. Du weißt genau, in Berlin wird demnächst was ganz schönes sein. Das schon vorher hingehen, präventiv, das ist ja das Beste. Und das ist das, was meine Chefs damals wirklich auch gesehen haben. Wie gesagt, von Kommissariatsleiter bis Abteilungsleiter, dass die einfach hier sehen haben, dass ich in diesem Bereich wirklich diese gute Arbeit mache und diese Resonanz auch zu bekommen. Für die UN, wo ich gearbeitet habe, das ist eine der Grundsätze bei diesen UN-Missionen. Das heißt, wir kommen in ein fremdes Land, wo wir jetzt hier sind, Vertrauen schaffen und halten. Und genau so haben wir es im Bereich der Kriminalitätsbekämpfung gemacht. Vertrauen schaffen, wir haben uns vorgestellt, so zack, hier ist meine Karte, Klaus Nachtigall, hier ist meine Handynummer, wenn was ist. Gut. Dadurch bin ich, ich sag mal, wenn wir jetzt mal auf Nasser Abou-Chaker kommen. Ich weiß nicht, den kenne ich über 20 Jahre und noch länger. Und mit Nasser Abou-Chaker war das, wenn wir uns irgendwo getroffen haben, war das immer ein respektvolles Geben und Nehmen. So wie es in den Wald hineinschaltet, so schaltet es heraus. Und das weiß er, er kann sich benehmen. Er hat uns immer nett und freundlich und höflich behandelt. Und ja, genau so haben wir es ihm gegenüber auch gemacht. Also ich gehe da nur für meine Person. Ja. Ich denke immer, weil was ich immer denke, es gibt ja auch so Kriminelle, die verhöhnen die Polizei oder die LK über Instagram oder weiter. Dann denke ich mir immer, du bist so doof, warum machst du das? Diese Leute sind auch Menschen. Die werden auch, die haben dich auf dem Kieker. Das will ich doch gar nicht. Also, aber ja gut, das ist interessant. Hast du dir schon mal überlegt, Mann, ich treffe diesen Nasser seit 20 Jahren, der ist jetzt mehrfacher Millionär, ich bin in Rente, in Pension. Weißt du, denkt man manchmal so und denkt man, verdammte Scheiße, warum war ich nicht auf der anderen Seite? Nein, nein. Den Gedanken hat es bei mir nie gegeben. Ich bin auch jemand, der das Wort Neid eigentlich gar nicht kennt, weißt du. Wenn jemand klug ist, gute Geschäfte macht und zu Geld kommt, dann sage ich, ja, der hat einerseits Glück gehabt, dass er gerade zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle war und gutes Business reingerutscht ist. Oder aber auch, wenn der von seinen Eltern was geerbt hat. Ja, es ist mir egal. Aber ich bin nie neidisch gewesen, nie auf den Reichtum. Alles gut, weil das ist, glaube ich, in deinem Job ganz schlecht. Weil dann hat man immer Leute auf dem Kieker, die so das Geld und das dicke Auto fahren, aber das sind nicht immer die Drahtzieher sozusagen, sage ich mal. Ja, und ich glaube, wenn jemand neidisch ist, dann ist er auch anfällig. Das wollte ich gerade sagen. Dann bist du auch anfällig und dann hast du Materialismus die ganze Zeit vor. Leid habe ich noch nie in meinem Leben empfunden. Ja, gut. Bist du einer wenigen Menschen, kann ich nicht von mir behaupten. Aber sag mal, wenn du über NASA sprichst, wann kam Arafat so auf das Feld? Wie gut kennst du Arafat? Arafat ist ja nun deutlich jünger, ja. Wir haben uns ein paar Mal natürlich gesehen, irgendwo im Nachtleben, insbesondere Matrix. Genau, Matrix, also für alle Nicht-Berliner, das ist eine riesen Diskothek hier in, was ist das, Kreuzberg? Friedrichshain, genau. Genau, Warschauerplatz. Und das war das sein Laden oder hat der da die Tür gemacht? Nein, er war dort Stammgast, nicht gern gesehen von den Informern. Ja, weil wir hatten ja die Informationen, die kommen da hin. Wie gesagt, das sind alles so, was man so spricht und man ist dann da hingekommen, man hat da ein riesen Theater gemacht und ins Matrix. Wir haben ja auch Kontakt zu irgendwelchen Jugendlichen und Heranwachsenden auch immer wieder mal gehabt und die haben gesagt, Matrix kannst du ja gar nicht mehr hingehen, weil da sind nur noch diese Leute und so ein Umfeld. Vor allen Dingen muss ich mal wieder sagen, einfach mal von der Erfahrung her, das kann man ja auch hören, das kann man ja auch nachlesen. Arafat ist ja jetzt nicht jemand, der dafür bekannt ist, dass er besonders gutes Benehmen hat, sondern er ist ein Choleriker, er ist ein Völler Choleriker, schreit nur rum und das sind natürlich Sachen, ja, ist unheimlich. Wie gesagt, völlig anders als Nasser. Nasser, der kann natürlich auch wütend werden. Ja, aber ein anderer Charakter wahrscheinlich. Aber ja, wie jeder auch wütend werden kann, aber das ist natürlich eine komplett andere Geschichte gewesen. Ja, und es gibt nun mal, wo bestimmte Familienangehörige aufgetaucht sind, da gibt es ja mehrere Clubs, wo einfach dann normale Menschen oder Frauen, die einfach nur mal feiern gehen wollen, ganz normale Frauen, die eigentlich mit der Szene nichts zu tun haben, wo die gar nicht mehr hingegangen sind, die gesagt haben, in den Laden brauchst du nicht mehr gehen. Und dann kamen natürlich wieder die Clubinhaber und sagen, könnt ihr uns helfen, weil wir wollen nicht mehr. Aber du kannst ja rechtlich gesehen, kann man ja nichts machen, das ist ja ein normaler Gast, der geht da hin, der müsste schon, oder die Türsteher dürften denen nicht reinlassen, aber da haben die gar nicht Bock gehabt wahrscheinlich. Richtig, und das war nämlich auch genau in dem, und da haben wir aber auch wieder den Clubinhabern gesagt, ja, dann guckt euch doch mal eure Security an. Ja, genau, ja, das ist ja nicht. Und holt euch eine vernünftige Security, die... Die nicht verbannt und verschwägert ist. Richtig, die seriös sind und auch die Eier haben, zu denen zu sagen, nö, ihr kommt hier nicht rein. Die auch einem Kadier-Party gesagt haben, nein, du kommst hier nicht rein mit deinen Leuten. Und wir haben so eine Security-Firma in Berlin und viele Clubs haben dann auch die Security gewechselt und die sind damit gut gefahren. Da sind wieder die normalen Leute hingegangen, die einfach nur feiern wollten, stressfrei feiern wollten. Kennst du Arafat, bevor er diesen Hip-Hop-Touch hatte mit Bushido und dann, sagen wir mal, in diese Sphäre gegangen ist? Kanntest du den schon vorher? Nee, das muss ja dann der ganz junge Arafat gewesen sein. Nee, da kannte ich ihn noch nicht. Wann ist dir da zum ersten Mal so der Name so aufgefallen? So wahrscheinlich wie allen, ne, in Medien durch Bushido, durch diese Zusammenhänge? Eigentlich schon vorher. Wir waren ja auch öfter mal am Albus Tharn in der Katzbachstraße. Ja, dieser bekannte Laden. Genau, dieser bekannte Laden. Und da waren wir ja mehrfach und da hat dann auch mal, ja, da sind wir halt mal wieder mal nachgucken gegangen, weil er halt... Und da ist er mir dann irgendwann aufgefallen. Und da, naja, natürlich, der laute Arafat, so, und da fing das eigentlich an. Und diese ganze Nummer mit Bushido zusammenkommen, unterwegs sein, dann natürlich nochmal ganz anderes... Hast du sie natürlich immer wieder mal gesehen. Du hast sie in ihren Autos gesehen, dann waren sie am Matrix, dann, ja... Ja gut, ich meine gut, viele sind laut und machen Party und sind dann schroff oder sind Choleriker. Aber war das, waren die kriminell? War er kriminell, würdest du sagen? Naja, die Informationen, die wir hatten, die gingen natürlich genau in diese Richtung. Und das ist natürlich immer eine der Sachen, wo ich gefragt werde, ja, was müsste sich denn ändern, um mehr Aussagen zu bekommen? Leider ist das Rechtssystem in Deutschland so, dass wir eben Zeugen nicht genug schützen können. Wir müssten eigentlich, das war im Kosovo das Schöne, da galt US-amerikanisches Recht. Ich war einer derjenigen, der den ersten Prozess gegen zwei Kosovo-albanische Jungs, also den Prozess abgesichert hat. Die beiden haben beim Drive-By-Shooting serbischen Jungen, 16-jährigen serbischen Jungen erschossen von einer Hamburger Bude. Und wir haben die dann gekriegt, festgenommen. Und diese ganze Gerichtsverhandlung zu schützen, das war schon eine Herausforderung. Und vor allen Dingen, Zeugen zu finden, die auch aussagen. Und da hast du eben im US-amerikanischen Gesetz das Recht. Du hast alle nur, in der Akte waren die eben nur Zeuge Alpha, Zeuge Bravo, Zeuge Charlie. Und so weiter. Ja, ja, genau, genau. Die müssen nicht, wie in Deutschland ist die Anwesenheitspflicht, die müssen persönlich vorher nicht verschaffen. Ja, das finde ich auch hart. Ja, das finde ich auch hart. Weil viele, also wenn ich gefragt werden würde, dann steht da, ja, sagen die später meinen Namen, ja, dann will ich natürlich direkt keinen Bock mehr. Was ich verstehen kann. Ja, natürlich, das kann jeder verstehen. Ich kann da jeden verstehen. Wer in Berlin-Neukölln in einer Sonnenallee lebt und selbst sieht, dass vor seinem Haus einer abgestochen wird von irgendjemand, der überlegt sich dreimal, wenn der sagt, ah, scheiße, der Täter gehört jetzt zu der und der Familie. Ja, aber den sehe ich auf jeden Fall nochmal. Richtig. Das ist ja aber natürlich, oder? Das ist normal. Das ist mein Lebensumfeld. Ja, ja. Wenn ich jetzt hier was aussage, kann ich mit meiner Familie eigentlich nur noch auswandern. So. Und dass da, dass wir da in Deutschland leider noch nicht die Gesetze haben, um diese Zeugen wirklich so gut zu schützen. Ja, aber sag mal, in Amerika ist das ja so. Man sagt, in Amerika ist ja so, wo kein Kläger, also wo nicht geklagt wird. Und in Amerika können Zeugen ja auch einfach zurückziehen und dann gibt es keine Geschichte mehr. Aber in Deutschland ist es doch anders. Hier geht das ja so, wenn der Zeuge selbst, wenn er zurückzieht, wenn es eine Gefahrensache ist, die dem, wie, sag du das mal, du verstehst, was ich sage. Ja, ich verstehe, was du meinst. Dass man nicht mehr zurückziehen kann im Prinzip. In Deutschland gibt es sogenannte Offizialdelikte, Privatklagedelikte und so weiter. Sagen wir mal, kleine Delikte wie eine Beleidigung. Das ist ein Privatklagedelikt. Das kann man zurückziehen. Das kann man zurückziehen. Aber wenn ich vorher sage, ja, ich habe gesehen, wie da einer abgestochen wurde, kann ich mich hinterher nicht mehr hinstellen und sagen, ah, nee, will ich nicht mehr zur Auswahl. Ja, zumindest sogar die Staatsanwaltschaft geht der Sache auch nach. Ist das nicht sogar eine bessere Sache gegenüber Amerika? Weil da kann, glaube ich, alles zurückziehen. Naja, es wäre die genau, es ist die richtige und bessere Sache, so wie wir es in Deutschland haben. Aber es muss im Zusammenhang mit einem vernünftigen Zeugenschutz sein. Es kann nicht sein, dass wenn Zeugen irgendwo aufgenommen werden, die Personalien werden aufgeschrieben, die werden von den Kollegen vom Funkwagen, wird das alles in den Computer eingegeben. Das rutscht dann sogar mal raus. Ja, es gibt ja immer wieder, das sind natürlich nur schwarze Schafe, aber immer wieder geben Polizisten oder LKA und so ja sogar Daten weiter. Und das ist ein großes Problem. Wenn die das alle nicht wüssten, wäre es besser. Ja, es gibt schon mittlerweile Abfragestufen. Also ich sage mal, eine Kollegin oder ein Kollege, die Funkwagen fahren, die können jetzt nicht in irgendwelche Staatsschutzakten reingucken, auch im Computer nicht. Da sehen die nichts. Da gibt es bestimmte Zugriffsberechtigungen, aber die sind immer noch zu weit gefächert. Was müsste sich ändern, dass man immer sagt, pass auf, du kannst dir eine Aussage machen und das bleibt privat. Das bleibt geschützt. Ja, da müsste schon sofort eigentlich die Kollegin oder Kollege vom Funkwagen das Recht haben zu sagen, okay, wenn hier einer sagt, ich würde euch ja gerne was erzählen, aber ich kann nicht, ich lebe hier, dann müsste sofort eigentlich gesagt werden, alles klar, ich sichere dir Vertraulichkeit zu. Dann musste sofort auch speziell geschützt werden. Also wir müssen wirklich den Menschen die Sicherheit geben, wenn ich dir einmal sage, ich sichere dir Vertraulichkeit zu. Das ist auch so. Im Kosovo war es halt, da wusste nur der Vorsitzende, da wusste nur das Gericht, die echten Personalien, wer der Zeuge ist. Die Staatsanwaltschaft wusste das nicht und die Verteidigung. Die Verteidigung konnte, die Zeugen waren bei der Errechtsverhandlung zugeschaltet. Das heißt, die Verteidiger konnten auch entsprechend ihre Fragen stellen und so weiter. Es muss ja ein Rechtsstaatgerätverfahren sein, aber total anonymisiert. Und das hat natürlich Erfahrung. Das würde hier wahrscheinlich, wahrscheinlich würde das hier auch helfen. Das würde hier. Gerade bei, man sagt, also das Problem bei sogenannter Clan-Kriminalität oder Clans, Mafia, Hells Angels, Rocker. Das ist ja immer, das Ding ist ja, dass man sehr, sehr, sehr eng ist, dann die Omerta hat oder so ähnliche Sachen. Bei Familiens ist es ja auch nochmal so, er sagt schon gegen seine Familie aus. Dann gibt es ja auch noch vor Gesetz, vor Gericht auch dieses, wenn man Verwandt verschwägert ist, die Aussage auch irgendwie nicht. Es ist natürlich sehr, sehr schwer. Dann wäre so ein Ding super eigentlich. Woran dann hapert es? Ja, offensichtlich wird in der Politik noch nicht die Notwendigkeit erkannt. Ich weiß nicht, ob es denen zu gut, wie gesagt, Problem ist, es gibt immer wieder Koalitionen. Die eine Partei hat die Vorstellung, die andere Partei hat die Vorstellung. Zu viele Köche. Ja, genau. Die alle im Breivate haben. Die Notwendigkeit scheint offensichtlich noch nicht erkannt worden zu sein. Aber das ist, meines Erachtens, ist das das probateste, das beste Mittel, um wirklich Kriminalität im Allgemeinen, aber insbesondere organisiert Kriminalität zu bekämpfen. Ein durchgehender, exzellenter Zeugenschutz. Ja, also auf jeden Fall. Und dieses mit dem Geld, diese Umkehrlast, glaube ich, hat euch aber auch schon viel geholfen, oder? Aus den Medien weiß ich, dass... Die ist noch nicht so 100 Prozent wie in Italien, aber die hilft uns schon sehr weiter. Wie ihr sagt, im Geldwäscheverfahren. Ich muss wirklich die Möglichkeit haben, und da müssen wir nicht über Obergrenzen nachdenken, theoretisch muss ich die Möglichkeit als Ermittlungsbehörde haben, um zu sagen, wie bitte? Der zahlt hier, wie weiß ich, jeden Monat 2.000 Euro oder 1.000 Euro noch nebenbei auf sein Konto ein. Wo kommt das Geld her? Ich will es einfach mal gucken. Ist aktuell eine Obergrenze? Na, man spricht jetzt... Ne, ne, man diskutiert jetzt die Obergrenze von 10.000. Also es gibt schon eine Obergrenze, die liegt wohl bei 10.000 Euro. Also wenn du jetzt so um die 10.000 Euro bei dir mal in Cash aufs Konto einzahlst, dann ist eigentlich die Bank schon verpflichtet, eine Geldwäscheverdachtsanzeige zu stellen. Ja, das weiß ich. Aber ich meine, dass man zum Beispiel, wenn jetzt jemand, ja, keine Ahnung, ein Haus hat, aber eigentlich Hartz-IV-Empfänger ist, das gibt es ja, wir sind ja auf einige Leute, sind ja ein paar Objekte gemeldet, das ist eigentlich Hartz-IV. Richtig. Dann muss er erklären, woher er das her hat. Dann muss er es jetzt erklären. Das hat ja auch funktioniert. Ich habe bei Spiegel TV gesehen, es gibt da so eine Geschichte, wo ganz viele Wohnungen oder Häuser eingefroren worden sind. Jetzt muss bewiesen werden, wo das Geld herkommt. Genau. Das wird schwer. Ja, bei der Familie Ramo zum Beispiel, genau, da sind die Immobilien beschlagnahmt worden und ja, dann müssen sie mal nachweisen, wo es herkommt. Okay, crazy. Es ist auch einfach nur richtig, weil ich sage mal, genau diese Verfahrensweise. Fast alle Leute, die hier wohnen und arbeiten, sind korrekt und sind ehrlich und arbeiten hart, um an ihr Geld zu kommen. Und dann kommen solche Leute, die denken, für mich gilt hier gar nichts, ich kann machen, was ich will. Es ist einfach ein Schlag ins Gesicht für die ganzen ehrlichen Menschen. Und darum... Ja, sag mal, wenn du so einen Fall hörst, wie zum Beispiel grüne Gewölbe oder die Münze und so, wie trifft dich das, wenn du das hörst? Hast du schon direkt im Gefühl, welche zwei, drei Truppen das nur sein können? Weil ich denke, das ist ja auch irgendwie auch, also das wird ja nicht irgendein No-Name sein, weißt du? Sofort nach dem grünen Gewölbe, das Witz hier ist. Ein paar Tage vorher waren wir selber noch da, haben uns das angeguckt. Und als das grüne Gewölbe war, klingelte auch mein Telefon. Ich glaube, vier, fünf Journalisten riefen an und sagen, ey, wer war es? Sag. Okay, die haben schon das Gefühl, dass du das weißt. Ja. Und war das auch so oder lagst du falsch? Nein, ich lag richtig. Ich lag 100% richtig. Weil das einfach von der Art her, also oder ist das... Ja, genau. Weil es gibt da wahrscheinlich Truppen, die spezialisieren sich auf Schließfach, keine Ahnung. Der eine macht mehr mit Bombe und mit Sprengen und der andere ist eher so der filigrane. Ja, das war eigentlich, das war eigentlich von der Begehungsweise her lag ich schon komplett richtig mit meiner Vermutung, auch mit der Herangehensweise. Wenn man mal sieht, aber was das auch für eine Vorbereitung bedarf hat. Also das ist ja jetzt, das ist ja jetzt nicht irgendwo, ich gehe mal rin, greife mir jetzt zehn wertvolle Jacken und renne wieder raus. Sondern die Vorbereitung, die war ja, die war ja gigantisch. Was ich sehr persönlich gerne im Berliner Polizeigesetz hätte in den Landesgesetzen einfach zur Prävention, wäre die präventive Observation. Dass ich einfach sage, ich habe hier erfahrungsgemäß Person X, Person Y, die permanenten Straftaten begeht. Ich gucke jetzt mal drei Monate, was macht denn der eigentlich? Ja, aber dürft ihr das nicht schon sowieso? Also nur beim richtigen Verdacht dürft ihr das. Richtig. Und das wie lange, ist ja auch begrenzt. Immer, das kommt immer darauf an, meistens über einen Monat. Auch die Telefonüberfahrungsmaßnahmen, das muss dann immer wieder verlängert werden. Wenn man es länger haben will, muss man auch eben begründen, warum man das verlängert haben will. Das finde ich ja auch sehr richtig. Was für uns ganz wichtig ist, wäre die Vorratsdatenspeicherung wieder einzuführen. Da zucken viele Leute zusammen und sagen, oh, Vorratsdatenspeicherung, ich bin jetzt der gläserne Mensch. Ja, es hat natürlich, ich verstehe das aus deiner Sicht. Alles, was du sagst, verstehe ich. Nein, aber Vorratsdatenspeicherung, ich will es nur nochmal erklären. Es ist wirklich Quatsch zu sagen, dass irgendjemand Angst haben muss, der ein ehrlicher Mensch ist. Die Polizei hat ja nicht das Recht, einen Telefonanbieter anzurufen und sagen, schick mir mal die Daten von der und der Nummer jetzt rüber. So ist es ja nicht. Das muss ja alles richterlich. Ich verstehe das. Du kannst dann irgendwann anrufen und sagen, hier der und der, bla bla. Das Problem oder die Kritik an dieser Geschichte ist halt, Macht korrumpiert immer. Und irgendwann, ne, wir haben in Deutschland das ja schon mal gehabt, dass das auch peu à peu ging. Und das Problem ist, ich verstehe das aus deiner Sicht, das würde deine Arbeit ja unheimlich vereinfachen. Du müsstest nur noch jetzt gerüde Gewölbe, du hast zwei Leute im Verdacht, Richter, keine Ahnung, bei Telekom anrufen oder Vodafone und dann, ja, 14. Ist alles schön da. Das Problem ist aber, das verleitet natürlich auch dann wieder weitestgehend dann zum gläsernden Menschen. Und dieses Argument, du, wenn du kein Verbrechen begangen hast, brauchst du dir keine Sorgen machen, das ist ein bisschen ein schwaches Argument, weil du als Mensch ja, also wie ich, also eine totale Überwachung ist immer, also es ist ja immer so, dass die Politik oder der Staat, sagen wir mal der Staat, vielleicht besser gesagt, und der Bürger, die ziehen ja immer an diesem, mehr Sicherheit bedeutet weniger Freiheit, mehr Freiheit bedeutet weniger Sicherheit. Und um da muss man die Waage halten. Und eine totale Überwachungsmöglichkeit, ne, Gelegenheit macht Diebe, Gelegenheit macht Diebe. Wenn die Möglichkeit da ist, dann wird es dann irgendwann, also das weicht die Grenzen auf und irgendwann wird es immer mehr zum Staat, der dich überwacht. Also wir haben das ja auf der Welt, das gibt es ja, also es ist ja gut so, dass es in Deutschland nicht so ist. Wobei ich es natürlich auch verstehe, dass das natürlich auch... Wollte ich gerade sagen, totale Überwachung wäre es nicht. Das würde ich zum Beispiel für China so sehen oder für Norden, wo man, wo man mit Gesichtserkennungsprogrammen, wo quasi die chinesische Polizei da sitzt, aber da sitzt halt irgendein Polizist und sagt, ich will mal wissen, was der und der macht. Und dann gehen die mit in die Gesichtserkennung. Und weil die das können, weil die das haben. Noch haben wir es nicht. Das halte ich für problematisch. Ja, das halte ich auch für problematisch. Aber das wäre halt ein erster Step, wenn man eine Vorratsdatenspeicherung macht. Das ist ja der erste Step. Auch wenn es, auch wenn, ich gebe es zu, das dauert noch und das wird lang. Aber keiner hat auch geglaubt, dass uns schon hier passiert ist in Deutschland alles. Also das, ne, also Step by Step. Wenn es Richter, und dafür bin ich halt eben, dass das wirklich, dass nur das Richterliche Ordnung machen. Nicht die Polizei soll die Macht haben zu sagen. Ich verstehe das in der Situation. Nein, ich muss darlegen, warum ich das haben will. Dann muss ein Richter das überprüfen und dann entweder ja oder nein sagen. Es werden ja auch Anträge auf Durchsuchungsbeschlüsse, werden ja auch abgelehnt. Da guckt ein Richter rauf, ein Ermittlungsrichter und sagt, nee, also tut mir leid. Die Begründung, warum Sie hier einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung oder die Geschäftsräume haben wollen, die ist für mich zu dünn. Nein, bringen Sie mehr Beweise und das war's. Oder Telefonüberwachung, die werden abgelehnt. Ja. Also ich denke, wir haben schon ein wirklich gut funktionierendes Rechtssystem. Vorratsdatenspeicherung im Hinblick auch nochmal auf Pädophile, auf Kinderpornografie. Es gehen uns hier gerade in diesem Bereich so viele Leute durch die Lappen wirklich die schwerste Straftaten halt begehen. Aber wie würde die Vorratsdatenspeicherung da zum Beispiel supporten, dich supporten, dir helfen? Ganz einfach, um schon die Verbindung einfach herzustellen. Die wählen sich ein über ihre Netz... Ach so meinst du ja noch. Ja, ja. Und die Vorratsdatenspeicherung soll ja auch nur bei schweren Straftaten genutzt werden. Genauso wie du Telefonüberwachung oder Observationen darfst du ja nur bei schweren Straftaten die sogenannten Katalogstraftaten machen. Du darfst ja nicht sagen, hier fährt andauernd inner ohne Führerschein, den darfst du nicht telefonüberwachen oder observieren. Ja, ich mache mir nur Sorgen, wenn Vorratsdatenspeicherung heißt ja, heißt das für immer? Sachen werden aufgenommen oder für Jahre? Nein, nein. Es muss natürlich zeitlich begrenzt sein. Wenn man sagt, so, ich muss wenigstens, wenn ich sechs Monate rückverfolgen kann, das reicht ja aus. Und wie gesagt, auf richterliche Anordnung und natürlich nur bei schwersten Straftaten, nicht bei... Aber so Telefonmasten und so weiter, das könnt ihr ja schon machen, ne? Immer noch. Ja, so läuft ja Telefonüberwachung, genau. Also nein, nein, nein. Ich meine so, dass man so sagen kann, diese Person, sein Handy hat sich in dieser Geschichte hier eingeloggt. Das kann man schon machen, oder? Ja. Dass man sagt, du warst auf jeden Fall in diesem... Oder zumindest dein Handy war auf jeden Fall da. Dein Handy war in diesem Bereich, genau. Das kann man immer noch machen. Das kann man, genau. Ja, ja. So funktioniert das ja auch. Hilft das nicht schon? Das hilft ja nicht wirklich alleine, weil das ist ja auch nicht, das ist ja auch nach kurzer Zeit wieder gelöscht, die Daten. Ach so. Wie lange ist das so drin? Weil wenn ich jetzt höre... 14 Tage. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Also das ist wirklich eine sehr, sehr kurze Zeit. Ja gut, aber 14 Tage würde ja reichen, wenn ich höre Münze. Okay, schnell. Das ist, glaube ich, sogar noch kürzer. Was ist denn das? Ist das nicht sogar innerhalb von drei Tagen? Also ich würde sagen, das ist jetzt ganz, ganz krass kurz. Drei Tage hilft nicht, ja. Nee, nee, das ist wirklich jetzt ganz krass kurz. Und wie gesagt, darum, man braucht es halt länger. Ich sage mal, das ist genauso bei der Aufzeichnung von Berliner Verkehrsbetrieben. Die Kameras, ich glaube, da wird auch nach drei Tagen gelöscht. Aber nicht jede Straftat wird ja innerhalb von drei Tagen bekannt. Es gibt zum Beispiel Opfer von Sexualdelikten, die sind erst nach einer Woche überhaupt fähig, das anzuzeigen, weil die so schockiert sind. Ja, oder Jahre später. Oder Jahre später. Na gut, wir brauchen auch nicht jahrelang jetzt... Nein, nein, aber ich sage nur, gerade bei Sexualdelikten, Vergewaltigungen, Frauen gehen ja manchmal zehn Jahre später, trauen sie nicht erst. Das ist klar. Ja, das müsste zumindestens, sagen wir mal, wirklich gerade von öffentlichem Nahverkehr, da sollte man sagen, so 14 Tage, nach 14 Tagen solltet ihr löscht werden, wenn innerhalb von 14 Tagen nicht angezeigt wurde. Das würde schon viel weiterhelfen. Aber ja, ich denke, in puncto Sicherheit kann man immer irgendwo noch mehr machen, irgendetwas besser machen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Sicherheit bedeutet halt auch Freiheit. Und ich bin hier am Kudamm groß geworden. Und wenn ich heute den Breitscheidplatz sehe, da könnte ich heulen. Das ist nicht der Breitscheidplatz, den ich als Jugendlicher erlebt habe. Ich bin hier auf dem Kudamm groß geworden. Weil er überall Fahrzeug sperrt und so weiter. Da fühle ich mich in meiner Freiheit schon eingeschränkt. Das ist nicht schön. Kein gutes Gefühl. Also ich muss sagen, tatsächlich, ich glaube, ich war zwei Tage, drei Tage vorher noch an dem Platz, bevor es passiert ist. Und ich habe tatsächlich einen Freund, den du, glaube ich, auch kennst wahrscheinlich. Oder zumindest kennst du seinen berühmten Onkel. Der hat einen berühmten Onkel, der den Kudamm, wie es in den Reportagen heißt, mal sauber gehalten hat, ganz lange. Achmed Mohamed, dürft ihr den Begriff sagen? Ja, natürlich. Sein Neffe ist einer, der auch ihn beerbt hat, sozusagen, was den Job angeht. Und der in diesen Bereichen auch securitymäßig tätig ist. Und ich habe einen Schock bekommen, wo das passiert. Ich habe ihn direkt angerufen und gefragt, ob es ihm gut geht. Weil ich weiß, es ist so seine Gegend, wo er seinen Rundgang macht und aufpasst. Das war crazy. Ja, das war wirklich, das war eine der schlimmsten Sachen. Ja, das war Schock. Und ich meine, ganz ehrlich, man war ja erst mal im Dunkeln, man hatte ja gar keine Ahnung. Und jetzt, zwei, drei Jahre später, habe ich dann diesen Podcast gehört und dann höre ich, dass das eigentlich hätte verhindert werden können. Zumindest Sabine sagt das. Sie ist ja Expertin. Ja, aber nein, das ist Kaffeesatzleserei. Ja, gut. Hätte, hätte, wenn, wenn. Ja, okay. Verstehe. Hätte, hätte, Gummischlauch. Wie hat das schon der Matthäus gesagt? Wir sagen Fahrradkette in Ruhrgebiet. Ja, ja. Ich glaube, irgendein Fußballer hat mal gesagt, der konnte das nicht so richtig. Und dann hat er gesagt, hätte, hätte, Gummischlauch. Ja, oder Fußball ist wie Schacht, nur ohne Würfel. Weißt du, was der Satz gar nicht echt ist? Der Böhmermann hat den, wie heißt der Fußballer nochmal, den Podolski untergelegt. Den hat er nie gesagt. Aber es klang so, als hätte er den gesagt. Oh, mein lieber Klaus. Ey, war schön mit dir zu quatschen. Ja, hat Spaß gemacht. Sehr gut. Danke für deine Zeit. Sehr gerne. So, pass auf dich auf. Wenn du die nächste Extraction, kennst du den Film auf Netflix, Extraction? Da gibt es zwei Teile von. Da machen die das auch so. Mit einer Truppe gehen die irgendwo rein und holen jemanden raus. Das ist genau dein Film. Okay. Ja, das muss ich mir mal angucken. Alles gut. So, Freunde, ich verlinke natürlich den Klaus bei uns. Wir sehen uns im Outro nochmal wieder. Und ja, da würde ich sagen, vielen Dank. Sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Wir sind raus. Danke. Tschö. Ciao. Freunde. Yes, yo. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, Freunde. Ich muss sagen, ich fand es sehr interessant. Der Talk war nice und ich habe mir gedacht, Alter, eigentlich haben wir nur an der Oberfläche gekratzt. Eigentlich muss noch ein zweiter Teil her. Noch einmal Klaus zu Besuch. Was sagt ihr, Freunde? Schreibt es mir in die Kommentare. Was habe ich vergessen zu fragen? Was hättet ihr gerne noch gefragt? Was hättet ihr gerne gewusst? Soll der Klaus noch einmal zu uns? Auf jeden Fall. Ja, und sonst schreibt mir in die Kommentare, wer sonst noch zu uns soll, Freunde. Und wen sollen wir zu uns in die Sendung holen? Zu was los, Freunde. Gang-Zeichen, damit auch alle wissen, das hier ist eine Hip-Hop-Sendung. Wir sehen uns in einer der nächsten Was-Los-Folgen wieder oder auf Twitch, Freunde. Bis bald. Vielleicht auch auf TikTok oder sowas. Ciao. Ciao.